Das glaubt mir kein Mensch. Also wir sind noch nicht online. Test, Test. Test, Test. Also bei mir geht's. Ich glaub wir sind online. Axel, das ist ja schon wieder Test. Das ist schon wieder ein geiler Start. Also nichts geht ohne technische Schwierigkeiten. Wir haben es aber vorher getestet. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also es tut mir echt leid, Leute. Aber ohne würde was fehlen. Ohne wäre irgendwas nicht richtig. Ja, also dann erst mal Moin Axel, Moin liebe Community, Moin leerer Stuhl da oben. Und schön, dass wir den Freitagvormittag zusammen verbringen dürfen. Heute mit Charlotte Koredai. Das ist ihr Künstlername. Ihr richtiger Name ist Nina. Nina Charlotte van Meer. Eigentlich auch ein schöner Name. Aber gerade die neuen Rechten, zu der sie gehört, legen ja viel Wert auf Historisierung ihrer eigenen Daseinsberechtigung. Verteidiger des Abendlands und so weiter und so fort. Und sie hat sich dann den Namen einer französischen Attentäterin gegeben, die einen Anschlag auf einen bekannten Jakobiner, der auch wirklich ein übler Hetzer war, müssen wir dazu sagen, verübt hat. Und dafür dann auch genutiert worden ist, also hingerichtet worden ist. Und das ist ja auch dann wieder dieses Rebellen-Image. Ja, eine glühende Patriotin, die zum Wohle des Vaterlands, wenn auch in Frankreich, ja, dann einen Mord verübt hat, ist natürlich eine passende Staffage für so eine Internetaktivistin. Ich habe mir gerade Ihre Homepage angeguckt und so weiter. Ja, okay. Nina Charlotte van der Meer. Ja, gut. Jetzt noch nichts verpasst. Wir werden natürlich gleich darauf eingehen. Wir haben ein Video rausgesucht, beziehungsweise Axel, wir hatten das Video schon mal verschoben, von jemand, der sich selber als links bezeichnet hat, irgendwie dann nach rechts, nach rechts außen gegangen und versucht das selber in einer biografischen Kurzerklärung. Ich muss gestehen, ich habe dieses Video diesmal vorher geguckt, hat mich jetzt nicht so abgeholt, muss ich sagen. Fehlt mir auch die tiefe Erklärung, Argumentation, warum, wie, was passiert ist. Aber das können wir gleich selber beurteilen. Axel, du hast das Video rausgefunden, was war dein erster Eindruck von dem Video? Tatsächlich bin ich auf die Dame öfters mal gestoßen, weil ich in meinen Livestreams angesprochen worden bin. Ich habe erstmal auch keinen Plan gehabt, wer ist das eigentlich. Ich habe mir dann mal ein bisschen ihren Content angeschaut und fand sie, das habe ich schon mal gesagt, so sympathisch wie einen lauwarmen Schluck Wasser. Ja, das ist natürlich eine persönliche Einschätzung, okay. Aber fand sie auch ziemlich gefährlich, weil sie es versteht, sich selber als so auch unschuldig und rechts und vernünftig und nett und locker darzustellen, vertritt aber sehr, sehr gefährliche Positionen und bereitet den roten Teppich aus für Leute wie Oliver Janich, denen sie eine unglaubliche Quellengenauigkeit attestiert. Also zur Erinnerung, das ist der Oberschwurbler, den wir haben, der erzählt, dass kleine Kinder in unterirdischen Militärbasen gequält und ermordet werden, damit reiche Eliten wie Bill Gates Andronochrom saufen können, um ewig zu leben. Ja, wenn man so jemanden dann hypt in seinen Videos und sagt, guckt euch doch mal an, was der zu sagen hat, ist das schon eine gefährliche Sache. Sie ist eine Identitäre, das heißt, sie ist Vertreterin eines Ethnopluralismus, eine schönere Umschreibung für Rassismus. Ja, also sie wollen im Grunde genommen dann ein Europa der Europäer, verkaufen das dann alles so ein bisschen, hey, kulturell und westliche Werte, Abendland und so. Im Grunde genommen geht es hier aber um handfesten Rassismus, der verbreitet wird. Ja, ich fand es, sie arbeitet auch mit dem, was wir, glaube ich, das erste Mal auch gesehen haben, so bei der Identitären Bewegung, wo die Videos angefangen haben zu produzieren, mit diesem so augenoffen, hier bin ich als Mensch, ja, so dieses, dass das, das ist so ganz viel über das Menschliche getragen wird, ne. Also, ich erinnere mich an diese Videos, die die IW produziert hat, hier mit Heimat und Identität, Freiheit, was sie da gemacht hatten, mit diesen Nahaufnahmen, ja, die großen Augen offen, ja, und das damals rechts und ich jetzt nicht und guckt mich an, ich bin ja auch, also das, das, da, auch die Schnitte in dem Video, das passt mir so alles nicht so zusammen, auch die Begriffe, mit denen sie um sich wirft, und jetzt fällt mir das ein mit dem Mosaik, aber kommen wir gleich noch so alles zu. Das ist so für mich doch, doch sehr, sehr doll gescriptet, dass dahinter irgendwie so ein Team ist oder man sich auf so ein Video dann doch irgendwie eine Woche vorbereitet. Und das holt mich dann doch nicht ab. Wenn ich jetzt so auf einmal diese super sympathische Frau sein möchte, die über ihre Biografie spricht, warum muss das so gescriptet sein? So kommt es bei mir einfach rüber. Man muss bei ihr tatsächlich sagen, das stehe ich auch zu, das habe ich auch gesagt, und das mag man mir jetzt als hässlichen kleinen Grottenohlen bitte verzeihen und nicht als Sexismus auslegen, aber ich habe gesagt, wenn es keine junge, attraktive Dame wäre, die sich da vor die Kamera setzt, dann würde keiner ihren Content angucken, weil da ist nichts Originelles, da ist nichts Charismatisches, nichts Sympathisches, was man leider, muss man dazu sagen, bei einigen rechten Rattenfängern wie Martin Sellner ja nicht behaupten kann. Der Mann, der kann ja durchaus schlagfertig auftreten, der kann ja nett, der kann ja freundlich auftreten. Und bei ihr ist tatsächlich alles ein reines Schauspiel. Sie ist ja auch Theaterschauspielerin und so wirkt es, als wenn sie sich vor die Kamera setzt, sie hat vorher so ein Stück auswendig gelernt, weiß ganz genau, was ihre Fanbase hören will und kann sich dann sicher sein, wenn sie da über Feminismus und über gewisse Aspekte des Liberalismus herzieht, dass das in ihren Kreisen verbreitet wird und genau das findet statt. Aber wäre sie kein junges Mädchen, wäre sie keine junge Frau, dann würde keiner sich das angucken, weil sie einfach unsympathisch ist. Das ist meine persönliche Einschätzung dazu. Also, dann würde ich mal sagen, wir fahren einfach mal das Video ab. Oh Gott. Guten Tag. Falls ihr euch irgendwie fragt, dass, oder beziehungsweise warum hier so Zeug liegt, das ist zur Begradigung meines Rückens, weil ich eine alte Frau bin und Unterstützung brauche. So ist das leider. Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal hier, wo der pure Hass regiert. Ja, dann der pure Hass regiert. Ich muss das kurz nachspielen. Entschuldigung. Tut mir leid, das muss ich jetzt kurz einfach... So. Ich habe leider keine Rückenbegradigung, weil ich arm bin, aber egal. Hey, hier willkommen auf diesem Kanal, wo der Philipp regiert. Aber hey, geil, dass wir da sind. Leute, machen wir mal einen easy, ja, peasy Abend. Weißt du, morgen. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, wann das Video sendet, weil wir müssen noch schneiden. Ja, wir beide schneiden natürlich sowieso. Ja, ist halt was... Das ist dieses Versuch, dann menschlich zu sein. Die Leute glauben ja auch, dass wir mit der Technik am Anfang gerne Spaß machen. Wir haben uns zehn Minuten vorher getroffen, Technik lief, wir machen es an, scheiße, irgendwas funktioniert nicht. Kann man sich nicht ausdenken. Aber das ist dieses Neue, nicht so studiomäßig, nicht so hart. Das ist, was ganz viele Extremisten gerade nutzen. Ja, wir sind hier, guck mal, wie lustig wir nah dran sind. Und dass man eigentlich mehr versucht, über die Person eine Bindung aufzubauen, als über die Botschaften. Man will Sympathieträger sein, aber es wirkt halt einfach gekünstelt. Ich nehme mir das nicht ab. Das ist einfach wie gescriptet. Es ist wie ein Schauspiel und wie kein gutes Schauspiel. Ja, also da sitzt jetzt nicht irgendwie eine amerikanische Schauspielerin, sondern ja, eine der Deutschen, die bei GZSZ unterkommt und versucht dann so, hey, das hippe Image zu geben. Ist perfide Taktik, muss man sagen. Es holt auch natürlich Leute ab, weil die sagen, ach, guck mal, nettes Mädchen und ganz locker und ach, die nimmt das sportlich und ich nehme es ja einfach nicht ab. Aber ist eine persönliche Einschätzung, kann man jetzt tortreffig drüber streiten, aber ich denke, das wirkt ziemlich unauthentisch, was sie da macht. Und man muss es sagen, dass in dem Video diese ganz vielen Schnitte, das regt mich auch immer auf, dass Menschen dann kein Video produzieren können, 10, 20, 30 Minuten einfach über sich erzählen und irgendwie einen Input machen, ohne dass sie das Gefühl haben, okay, da war ich nicht sympathisch, da sah ich nicht gut aus, da habe ich was Blödes gesagt und so weiter. Das ärgert mich schon immer, dass in so einem 16-Minuten-Video da irgendwie gefühlte 30 Schnitte sind. Ja, jetzt selbst schon beim Intro muss geschnitten werden. Ja, jetzt können wir ein bisschen Küchenpsychologie bespielen. Wir wissen ja, was Leute in solchen Strukturen unter anderem zieht und das ist ganz, ganz oft Narzissmus. Das war bei mir auch der Fall. Und man sieht natürlich dann bei Leuten, die eigentlich ja Inhalte vermitteln wollen, die dann so ein Video aufnehmen, was 10 Minuten dauert mit 20 Schnitten, dass es ihnen nicht ums Publikum geht, sondern dass sie denken, das Publikum wäre für sie da. Das ist schon mal ein ganz großer Knackpunkt, weil wir beide, also ich meine, guck uns an, ist nicht schwer, aber wir sahen mitunter in unseren Streams schon aus, als wenn wir gerade irgendwie aus der Kneipe gefallen wären. Möglich. Egal, wir hauen einfach raus, weil wir authentisch sind. Wenn wir bei dir Live-Aufnahmen machen, dann sind, dann, wie gesagt, kommen wir gerade aus der Dusche, gerade von der Arbeit, gerade sonst was gemacht vom Sport und, also ich eher vom Essen, du vom Sport, muss man dazu sagen und sitzen einfach da, wie wir sind und schneiden nichts. Hier schreibt auch jemand schon, in ihrer Community herrscht durchaus ein Personenkult, wenn ihre Fans dann sehr toxisch auf Kritiker reagieren. Ja, das ist halt dieses dann hingezogen fühlen zu einer jungen Frau, die dann ähnliche Positionen teilt oder das noch verstärkt, die Position und dann ist ja ganz oft, ist dieser Frauenmangel und dann hast du noch diese junge Frau, die dann noch so zwinkert, liebäugelt und irgendwie doch flirtet mit der Kamera, das muss man, das muss man ja so sagen, das ist dann schon eine Methode, die dann auch bei vielen funktionieren wird. Ja, natürlich. Also wenn wir uns mal die Kreise ansehen, die sich da zusammentun, man muss ja sagen, bei der Neuen Rechten ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wie es in unseren alten Strukturen war. Auch da hat sich einiges geändert, aber Frauen sind in der extremen Rechte Mangelware. Vor allem solche, die sich auch wirklich dann vor die Kamera setzen können und egal wer das ist, das haben wir damals auch bei unserer alten Bekannten Lisa Vicent ja gesehen, sobald jemand dann den Impuls hat, vor die Kamera zu treten, Aktivistin sein zu wollen und dann auch das nachplappert, was die großen Führer da oben vorgeben, dann werden die gehypt. Das ist dann so ein Postergirl ganz einfach für diese Szene auch. Was machen die Lisa Lizenz hier eigentlich? Die wollte jetzt ja Mitglied der Linkspartei werden, die dann klug genug war zu sagen, so nee, die wollen wir eigentlich nicht und jetzt schimpft sie so ein bisschen auch auf uns, weil wir ja erfolgreiche Aussteiger sind, die mit dem Großkapital im Bunde agitieren und sie als echte Aussteigerin, die erkannt hat, dass auch das Bürgertum das große Problem ist und der Nährboden für Faschismus darstellt, wird natürlich dann unterdrückt und klein gehalten. Ich wünsche ihr alles Gute und gute Besserung. Das ist mein Ernst. Also ich würde mir wünschen, dass sie irgendwann tatsächlich mal vielleicht eine Internetpause macht, mal zu sich kommt, sich um ihre Kinder kümmert und vielleicht von der Politik erst mal so ein bisschen Abstand nimmt, bis sich dann auch so ein bisschen alles bei ihr wieder gesetzt hat. Unterschreibe ich so. Aber wir lassen das Schnittvideo, also hier sind sehr, sehr viele Schnitte. Wir lassen es mal laufen. Zielansprache Gamma Delta 731 überhaupt. Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen es bereits. Eigentlich sollte sich mein nächstes Video um die AfD drehen, aber dann hatte ich einen positiven PCR-Test und erlag eine Art grippalen Infekt, der ziemlich langwierig und nervig ausfiel. Außer Bluthusten hat mich jedes Symptom mindestens einmal gegrüßt, was an meiner Kritik an den Maßnahmen und meiner Skepsis gegenüber diversen Gen-Therapien jedoch trotzdem nichts geändert hat. Also wir haben hier Schnitt, Schnitt, Schnitt. Aber auch die Herangehensweise ist natürlich wieder sehr schön. Das ist in etwa so, als wenn irgendjemand sagt, ey, ich bin ja kein Rassist, weil ich habe viele Ausländer als Freunde, aber die sollen doch alle raus, mal das packen. In dem Niveau argumentiert sie jetzt, ja, ja, ich hatte ja selber da einen negativen PCR-Test und außer Bluthusten habe ich jedes Symptom gehabt. Ich lag quasi sterbend da nieder, aber meine Kritik bleibt trotzdem bestehen. Ja, und es ist dann ja auch so unterschwellig wird dann gesagt, so, ja, Genmanipulation und so weiter. Ja, also hier wird ja was mit reingestreut in so, da wird gar nicht intensiv drauf eingegangen, sozusagen, okay, hier, das könnte ich euch jetzt beweisen, die und die wissenschaftlichen Auswertungen gibt, sondern, naja, das wisst ihr ja alle, ne? Also deswegen stehe ich dem immer noch kritisch gegenüber. Aber ich finde, das ist so, ich halte sowas ja immer für noch gefährlicher als jemand, der sich wirklich hinstellt, so wie du auch damals auf die Bühne und sagt, okay, hier sind die klaren Positionen, ja, hier haue ich jetzt mal zehn Punkte raus, ja, da können wir uns drüber streiten und damit stelle ich mich hier auch nach ganz, ganz rechts als dieses so, immer dieses so lachend irgendwie reinschmeißen in den Raum, ne? Das, das... Es ist auch unehrlich, ja, also sie ist ja Vertreterin einer Struktur, die sich ganz klar auf antidemokratische Vordenker bezieht, ja? Ja, die neue Rechte fußt auf Leuten wie Karl Schmidt, auf Arthur Möller-Vandenbrock, auf den frühen Ernst Jünger, auf Oswald Spengler mit seinem Kulturpessimismus, ja, Untergang des Abendlandes, ist ja auch Schlagwortgeber für Pegida und so weiter und so fort, ja, und vertritt damit ja geistige Positionen, die autoritär, die illiberal sind, ja, die eben nicht für Freiheit einstehen, für Friede, Freude, Eierkuchen, wie sie es darstellen will, sondern tatsächlich ja für einen sehr autoritären Staat, ja, und für sehr dogmatische Punkte, ja, und dann immer so zu tun, hey, ich bin halt rechts und hey, ich bin halt nur gegen Skendern und ey, das ist ja ein Etikettenschwindel. Sie ist ja nicht einfach rechts, sie ist rechtsextrem, ja? Sie geht ja nicht zur CDU, sie ist ja nicht einfach konservativ und sagt, hey, ich möchte mein Leben leben, wie ich will und klassisches Familienbild, da wäre ja gar nichts gegen einzuwenden, ja? Ja, ich gendere auch nicht, ich halte das auch größtenteils für Blödsinn, aber deswegen gehe ich aber nicht hin und schütte das Kind mit dem Bade aus, so wie ich früher gemacht habe. Ja, Axel, man darf ja auch was nicht verwechseln und heißt, dass es ja Positionen gibt, die ja auch von rechts vertreten würden, die man ja auch teilen kann, ja? Also... Man muss dazu mal ganz, ganz ehrlich sagen, rechts ist ja heute ein verbrannter Begriff. Das ist ja vor 20, 30 Jahren noch anders gewesen. Wenn wir uns mal anschauen, Franz Josef Strauß als Vorsitzender der CSU, hochrangiger CDU-Politiker, mehrfacher Minister in CDU-Kabinetten, der hat mal geäußert, rechts von uns ist nur noch die Wand. Da war es normal für CDU, sich als rechts zu bezeichnen. Und irgendwann kamen dann Leute wie NPD und wie andere Träume, die diesen Begriff dann kontaminiert haben, sag ich mal. Und dann wollte man nicht mehr rechts sein, dann war man halt konservativ. Und das wurde dann auch irgendwann nicht mehr so und dann war man plötzlich dann die Mitte irgendwann. Das ist jetzt besetzt worden natürlich von solchen Leuten wie ihr, die dann natürlich nichts sagen und sagen, hey, ich bin radikal, ich bin extrem, sie will ja freundlich, sie möchte ja das Mädchen von nebenan sein, was man ansprechen kann. Dann sagt sie natürlich nicht, ich bin eine Rechtsextremistin, ich bin eine Rechtsradikale. Und ihre Fanbase, die sind bei mir alle auf den Kanal gekommen, die waren auch alle dran. Wo ist die Charlotte denn extrem? Wo ist die radikal? Was die sagt, das ist doch alles ganz normal. Und so verkauft sie das halt. Aber ist nicht normal, was sie da verkauft. Es sind illiberale, totalitäre, extreme Positionen, die sich dann immer wieder so zwischen den Zeilen Bahn brechen, wie du eben gerade gesagt hast, hier mit Genmanipulationen. Es gibt keine Genmanipulationen. Und sie beruft sich auf Leute wie Oliver Janich mit ihrem Great Reset und ihrem Andronochrom-Verschwörungen. Und das wird dann alles so, so ohne es großartig anzusprechen, den Leuten mitgegeben. Genau. Und das wird aufgesorgt von denen. Ich lasse das Video nochmal laufen. Hier klingelt und hier bellen alle Hunde. Ich hoffe, das nervt hier keiner. Aber ich höre es glaube ich nur. Wie dem auch sei. Die Bundestagswahl ist gelaufen, mein Videoskript somit obsolet geworden und deswegen dürfte ich jetzt mit diesem Thema vorlieb nehmen. Ich hatte ja schon einmal in einem meiner früheren Werke erwähnt, dass es Fragen gibt, die mich immer wieder erreichen. Neben jener nach den Gründen für den Frauenmangel in der rechten Szene ist es an nächster Stelle die nach meiner linken Vergangenheit. Oder anders formuliert, welche Ereignisse und Argumente mich dazu gebracht haben, auf die rechte Seite zu wechseln. Wobei ich den Begriff der linken Vergangenheit ganz bewusst in Anführungszeichen setze, da ich nie in einer Organisation war oder mir als linke Aktivistin einen Namen gemacht habe. Aber... Also die Schnitte machen mich wirklich verrückt. Also, aber was heißt es? Was heißt es? Muss man sich einen Namen machen? Muss man in einer Gruppe sein? Das ist für mich auch schon so dieses so... Ja, wie sie es spricht, holt mich schon nicht ab. Also, ja, ich war dann mal links, aber das dann so zeudemäßig. Jetzt bin ich voll überzeugt. Ja, und sie redet ja davon, wir werden gleich eine große, lange Argumentationskette hören und Argumente und Personen, die sie dann dazu bewegt haben, dann doch die Seite krass zu wechseln. Und ich finde, das wird gleich nicht kommen. Und hier wird schon so gleich so eine Tonalität mitgegeben, ja, so dieses so... So viel Sand von oben herab wirkt so auf mich. Ihre Tonalität geht mir generell ein bisschen auf den Nerv, weil sie halt sehr prätentios rüberkommt. Es ist so halt so, ja, ach, und dann hab ich das halt und weißt du, ach, ich bin so überlegen und ich stehe so über den Dingen. Sie möchte normal wirken, tut es aber nicht. Sie ist nicht authentisch. Sie wirkt die ganze Zeit, als wenn sie an einem Casting mitwirken würde. Und ich hab in den ganzen Videos von ihr, die ich geschaut hab, nicht ein einziges Mal diesen Mensch Nina gesehen. Ja, sie heißt ja eigentlich Nina. Ja, und ich hab nirgendwo mal gesehen, wo man sagen könnte, ey, das nehm ich dir ab. Das ist sie. So könnte sie in der Kneipe, so könnte sie im Theater, so könnte im Supermarkt neben mir stehen, mir irgendwas erzählen. Es wirkt alles, wie gesagt, halt wie eine Inszenierung bei ihr. Das holt mich schon mal gar nicht ab, da bin ich kein Freund von. Aber Geschmäcker sind verschieden. Aber was man hier halt auch sieht, ist, dass sie ganz klar ihre eigene Motivation ja ungewollt offenbart hat, indem sie sagt, ja, bewusst stelle ich das in Anführungsstrichen. Ich bin ja, wie gesagt, keine große Aktivistin gewesen, keine Organisation. Ich kann Ultrakommunist sein, ich muss dafür kein KPD-Mitglied sein, niemals den Mund aufgemacht haben. Es hat damit der politischen Überzeugung, die man für sich in sich trägt, ja, nichts damit zu tun, ob ich irgendwo mische, ob ich irgendwo Mitglied werde oder mir irgendwo Namen mache. Was ist denn das für ein Zusammenhang, den sie da herstellen? Aber das zeigt ja halt, dass sie wer sein will. Sie möchte gesehen werden und für sie ist Aktivist nur der, der auch dann wirklich ja gesehen wird und der was macht. Darf man das so weiterspinnen und sagt, okay, wenn ich jemand geworden wäre im Bereich der linken Szene, dann wäre ich da geblieben? Man weiß es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, man merkt bei ihr halt auch ihre ganze Herangehensweise. Sie ist halt auf der Suche nach Applaus und sie ist auch unglaublich darauf bedacht, wenn irgendjemand irgendwas über sie äußert, das direkt zu rezipieren, das direkt dann wiederzugeben. Also sie geht auch nicht darüber hinweg. Die wird auch diesen Stream hier gucken. Sie hat damals sogar diese Sentenz von mir, diese eine Minute in meinem Livestream dann auf ihren Kanälen geteilt, ja, um zu zeigen, oh, guck mal, ich war Thema. Mir wird das, ehrlich gesagt, am Arsch vorbeigehen, ja, wenn irgendwelche Videos über mich veröffentlicht werden, die Leute mich anschreiben, guck mal, vielleicht, wenn ich Lust habe, mal gucke ich rein, aber das kratzt mich nicht. Ich gucke da gar nicht rein. Gar keinen Bock drauf. Da gucke ich lieber andere Sachen bei YouTube. Ich hatte mein Weltbild, meine Ansichten und Meinungen. Ursprünglich hatte ich mich ja ein bisschen gesträubt, dieses Video zu machen, weil ich die Geschichte an sich langweilig und nichtssagend finde und die Kurzfassung einfach lautet, ich habe eben irgendwann die richtigen Argumente von den richtigen Leuten zu hören bekommen und das war's dann. Aber weil es tatsächlich... Das war schon geile Framing. Also anstatt zu sagen, ich habe dann Argumente gehört, die mich persönlich überzeugt haben. Nein, es müssen die richtigen Argumente von den richtigen Leuten sein, was im Umkehrschluss ja heißt, dass die anderen Argumente und die anderen Leute, so wie wir, natürlich dann alle falsch sind. Ja, die Schnitte machen mich verrückt, sage ich ganz ehrlich. Mich macht das verrückt so. Ist das gewollt? Also irgendjemand hat gerade geschrieben, Schnittgewitter wie bei Slipknot. Ja, so ungefähr fühlt sich das an. Wenn es genug Leute gibt, die sich für elementare Details meines Privatlebens interessieren, erfolgt hier ein kleiner Einblick in meine Biografie und meinen politischen Werdegang. Beginnen wir vom Vorn. Ich kam kurz nach der Wende in Sachsen, genauer noch in Dresden zur Welt. Das bedeutet Ostdeutschland. Was wiederum, zumindest in meinem Fall, bedeutete Aufwachsen mit DEFA-Filmen, russischen Märchenbüchern und vielen Erlebnisberichten aus der DDR. Mir waren alle drei Erzählformen lieb, sodass ich mich mit diesen auch heute noch auf eine sentimentale Weise verbunden fühle. Insbesondere mit den Geschichten aus der DDR. Man erzählte mir ja auch viel Gutes über diese Zeit. Dass der soziale Zusammenhalt immens war und dass es keinerlei Arbeitslose gab. Dass dies mit der Arbeitspflicht zusammenhing, wurde mir allerdings verschwiegen. Je älter ich wurde, desto mehr verstand ich auch, was es mit der Mauer und dem Reiseverbot auf sich hatte. Wahrscheinlich setzten diese kleinen Schocks auf den Grundstein für meine heutige Ablehnung gegenüber sozialistischen und kommunistischen Ideen. Nichtsdestotrotz. Ja, aber erst mal war sie, ist ja für die Sicht dahin gezogen. Und ich muss dazu sagen, egal mit den Bildern, mit denen hier gearbeitet wird, ja, diese Ablehnung gegenüber der DDR. Ich meine, sie ist 1990 geboren, glaube ich, hat sie jetzt gesagt. Oder wo stand auf ihrer Seite? 1990 geboren. Dankeschön für den Support. Dankeschön, ein Engel geht raus. Ja, muss man auch mal sagen, ab wann ist die Wahrnehmung und Erinnerung wirklich da bei Kindern? Also das ist viel geprägt über Videos, Fotos und so weiter, die dann eingespielt werden. Aber das jetzt aufzunehmen, seien wir acht, neun, zehn Jahre, ich meine, da war es dann schon 2000. Hier wird mit Bildern gearbeitet, um ja auch eine Stimmung zu erzeugen. Aber auch das ist wieder hochheuchlerisch, ja, weil ihr politisches Spektrum, ihre Freunde von der EB, von Institut für Staatspolitik und so weiter und so fort, das sind heute alles Querfrontler. Es gibt Bücher wie Marx von rechts gelesen, es gibt einen ideologischen Einpeitscher, den Benedikt Kaiser, der sich ganz klar darauf beruft und sagt, die DDR ist eigentlich das bessere Deutschland gewesen und es war ein völkischerer, homogenerer Staat, in dem die deutsche Kultur hochgehalten worden ist, nicht dieses imperialistische, amerikanisierte, liberale Land, was die BRD geworden ist, was jetzt die Probleme verursacht hat, denen wir uns gegenüber sehen, als Volk, als Nation, als Kultur. Also sie tut da jetzt so, als wenn sie eine strikte Ablehnung gegen Sozialismus, gegen Kommunismus ihr eigen nennen würde. Aber das ist nur vordergründig der Fall, ja, weil es wird mit diesen totalitären Strukturen aus ihren politischen Kreisen extremst geliebäugelt und hochgehalten. Das muss man ganz klar auch mal so unterstreichen und sie dann fragen, wenn du so klar dagegen bist, was sagst du denn zu Leuten wie Benedikt Kaiser? Oder warum fragst du nicht mal dann hier Götz Kubitschek, Alter, was geht bei dir denn ab? Warum hältst du denn solche Bücher hoch? Oder warum beruft ihr euch jetzt wieder auf Karl Marx? Ja, und hier auch dieses so, ja, da wurde wahrscheinlich schon der Grundstein gelegt in der Ablehnung, wo ich dann gemerkt habe, die Arbeitspflicht und ach, das ist mir schon alles zu groß, zu groß gedacht, zu wichtig. Ich bin jetzt hier und jetzt habe ich den richtigen Weg gefunden. Ja, die Wahrheit und die Argumente, du hast es gerade gesagt, das ist für mich alles viel zu groß so inszeniert. Also, ich habe mich ja schon mit sehr, sehr vielen Biografien schon beschäftigt. Und das ist halt hier auch mal, das ist so nichtssagend, ja. Ja, also dann auch, hier wurde weder was beleuchtet, aus was für Verhältnissen komme ich, ja. Wie war das, was war bei den Eltern los? Wie war Schule? Wie wurde ich angenommen als Kind? War ich Außenseiter, Mitläufer? War ich der Held? Also, hier fehlt für mich ganz, ganz viel einfach, ja. Es geht, Philipp, es geht doch nicht darum, Informationen zu vermitteln. Sie hat es zwar so dargestellt, für die Leute, die sich aus intimsten Einblicke für mein Privatleben interessieren, wahrscheinlich wollen die eher ihre Schlüpperunterwäsche kennen, als jetzt so eine Geschichte zu hören, was für ein Feindbild sie übernommen hat. Ja, weil es geht im Grunde genommen, alles, was man jetzt hier subsumieren kann, ist, ich bin gegen Kommunismus, Sozialismus, weil ich aus diesen Strukturen komme, wo da noch was als toll vermittelt wurde, was ich heute ablehne. Das ist alles, es sagt über sie gar nichts aus. Trotz erlebte ich meine Familie politisch gesehen als eher sprunghaft. Das heißt, man wählte alle paar Jahre mal die eine, mal die andere Partei und damit erloschte das Interesse an Politik auch zumeist. Mit zwölf zog ich dann in den Haushalt meines Vaters und wechselte die Schule. Und dann ging es allmählich los. Ausgelöst durch das, was man gemeinhin eine unglückliche Verkettung von Umständen nennt. Vier Punkte scheinen mir ausschlaggebend. Erstens, Ja, also auch ein Bruch bei ihr, Trennung der Eltern. Heilungskind, ja. Ja, darf man es nicht verallgemeinern, ist aber auch die, oft die Suche dann nachher nach, nach Aufmerksamkeit, auch ich mit der Entwurzung, wenig Anerkennung vom Vater und so weiter, nachdem man dann nachher gelächzt hat, ja, egal ob man das im Guten oder im Negativen macht, ja, Aufmerksamkeit im Negativen. Aber wie gesagt, ist für mich hier, sagt gar nichts aus, ne. Also dafür, dass hier vorher gesprochen worden ist, Leute, die sich für elementare Dinge meines Lebens, meines Privatlebens interessieren. Intime. Ja, also ist hier, ist das für mich nichts sagen, ne. Nichts. Ich sah den Film Linie 1 aus dem Jahr 1988 und begann Punks toll zu finden, beziehungsweise deren Ästhetik. Zweitens, ich wurde Fan von den Ärzten und verliebte mich unsterblich in Bela B. Und damit war das Feindbild auch klar. Drittens, bekamen wir in der 8. Klasse eine neue Mitschülerin, die schon komplett auf den Anti-Nazi-Zug aufgesprungen war, Anarchiezeichen und Springerstiefel trug und eine sehr kämpferische Attitüde hatte und meine Freundin und mich somit total mitzog. Ja. Merken, sie mag Vorbilder. Also damals sagte sie, ich bin dann Leuten nachgelaufen wie Bela B. von den Ärzten. Der hat mir ein klares Feindbild vermittelt. Heute sagt sie ja im Grunde genommen nichts anderes, wenn sie sagt, ich habe jetzt endlich die richtigen Leute mit den richtigen Argumenten kennengelernt. Ich glaube, sie braucht Leute, an denen sie sich ausrichten kann. Das merkt man in ihren Videos auch, weil da auch nichts Originelles ist, nichts Eigenständiges ist. Sie plappert das nach, was in der Szene gerne gehört wird und weiß, damit kommt sie halt eben gut durch. Wenn man auf den Anti-Nazi-Zug aufgesprungen war, Anarchiezeichen und Springerstiefel trug und eine sehr kämpferische Attitüde hatte und meine Freundin und mich somit total mitzog. Man muss aber auch dazu sagen, in der Schule war es gang und gäbe, ich meine, sie ist jetzt, sie ist knapp 15 Jahre jünger oder 12 Jahre jünger, war es in der Schule schon grundsätzlich so Symbole und Sachen aufzumalen, mit denen man sich eigentlich nicht identifiziert hat. Also ich habe auch alles noch, auch bevor ich überhaupt politisch unterwegs war, habe ich von Anarchiezeichen, Pentagrammen, Hakenkreuzen, alles einfach überall immer reingekriegelt, weil irgendjemand das irgendwie mitgebracht hat, jeder hat das dann nachgekriegelt und so weiter. Muss man dazu sagen. Und dann mit 12 war das jetzt, wo sie gesagt hat, das holt mich jetzt auch noch nicht so ab, dass man da so reißerisch, kämpferisch mitgenommen wurde. Also ich muss sagen, ich wäre mal selber ein 12-Jährigen zu Hause, also das Einzige, was da reißerisch mitgezogen wird, ist dann, wenn die Playstation vielleicht mal angemacht wird. Sie sagt ja auch, mich hat der Stil, den fand ich geil und ich habe die Musik gehört und fand den Typen geil. Im Grunde genommen war es eine Mädchenschwärmerei. Und das machen ja viele Jugendliche, die sich ihre Vorbilder übernehmen. Es war aber kein handfester Aktivismus. Sie ist jetzt nicht auf Antifa-Demos gelaufen, hat Steine geschmissen. Im Grunde genommen hat sie Ärzte gehört, fand den Style geil, hat vielleicht mal sich dann in die Jacke hier einen Anarchie-Pinn dran gepinnt und in der Schule ein bisschen einen auf so gegen Nazis gemacht. Wer macht das heute nicht? Fragen wir mal so. Viertens, sobald ich begriffen hatte, was der Nationalsozialismus gewesen ist, beschäftigte ich mich exzessiv damit, weil ich das alles so unfassbar fand. Ich begann auch permanent davon zu erzählen. So permanent, dass die damalige Freundin meines Vaters, die sich hauptsächlich um mich kümmerte, weil mein Vater auf Montage war, mit der Faust auf den Tisch schlug und rief, ich zitiere, ich will keinen Hitler und keinen Goebbels mehr an diesem Tisch haben. Okay. Also sie beschäftigt sich exzessiv mit dem Nationalsozialismus, mit Hitler und Goebbels, hat sie gesagt. Und ich denke mal damals noch in der Anti-Haltung, also schlimm, was im Nationalsozialismus passiert ist. Und dann hat sie das zu Hause gesagt und dann hat die Stiefmutter oder dann zu Hause gesagt, ja, ich will hier Hitler und Goebbels nicht an diesem Tisch haben. Ist man doch sich rein theoretisch einig, oder nicht? Ich weiß jetzt auch nicht, worauf sie hinaus will. Also wenn sie selber jetzt auch sagt, sie ist so gut aufgeklärt und hätte sich intensiv damit beschäftigt, ich verstehe jetzt nicht, was das jetzt auch für ihre Biografie bedeuten soll. Ja, und dieser Kommentar jetzt zu dieser Stiefmutter, ich nenne sie jetzt mal Stiefmutter, ja, okay, sie sagt, hat sie da keinen Bock drauf, selbst wenn sie sich damit beschäftigt und sagt, ja, das soll nie wieder passieren, finde ich ganz fürchterlich und so weiter, ist es ja rein theoretisch in Unterstützung, wenn sie sagt, das will ich an diesem Tisch hier nicht haben, da kann man sich ja drauf einigen, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Also sie hat ja jetzt nicht gesagt von wegen, ey, Hitler war super, mit denen redest du ja nicht schlecht, sondern einfach nur, lass mich jetzt endlich damit zur Ruhe und komm, hör auf damit. Das geht ja vielen so. Also ich hab da, ich hab da, also Axel, ich hab da auch gar Bock drauf. Also wenn ich hier mit Leuten beim Grillen sitze, also... Ist ja ein ganz schönes Thema, stell dir mal vor, der Jordan wird morgen schon anfangen, oh, boah, du Philipp, boah, der Hitler, ne, der Hitler hat da gemacht, der Hitler hat da Folgendes gesagt, der Goebbels hat da das gemacht, da würdest du auch sagen, boah, Alter, komm, Da würde ich sagen, dass wir lieber Tischtennis spielen. Also ganz ehrlich, es gibt immer die Situation, worüber du sprichst, das muss ich auch sagen, Axel ist ja wirklich ein lieber Freund von mir geworden, auch wenn wir zusammensitzen, dann glaubt nicht, da reden wir meistens über Tünnöw. Also ja, einfach auch, sowieso, wer exzessiv Themen betreibt, da bin ich immer ganz vorsichtig, ja, wer immer die Themen so digitieren will, ja, also wir sprechen dann wirklich auch über alles Mögliche in der Welt, nur nicht dann über, über Hitler, Goebbels, Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Islamismus oder sowas. Ich muss ja mal sagen, durch unsere Arbeit, die wir machen, ist das ja leider, muss man auch sagen, immer noch ein starker Part in unserem Leben, ja. Umso wichtiger ist es, dass man im Leben auch weiterkommt, weil wir sind nicht die Aussteiger, wir sind heute Philipp und Axel, wir sind die Menschen, ja, und damit können wir eben arbeiten und wenn man sich persönlich trifft, wie gesagt, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, mit dir zu besprechen, du Mensch Philipp, weißt du hier, ne, 29. Januar 1933, die Vorbereitung der Machtergreifung, weißt du, wer da mit wem telefoniert und welche Pläne schon in der Hinterhand hatte, um dann die Revolution voranzutreiben, der Nazis, Alter, willst du auch fragen, Junge, was stimmt nicht mit dir, komm mal klar, ne, komm, wir gehen Tischtennis spielen oder holen uns einen Kuchen, ne. Ja, würde ich mich gar nicht mit treffen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich finde auch dieses so exzessiv damit beschäftigt zu haben, finde ich, äh, weiß ich nicht. normal ist es auch nicht für die Jugendliche, ne, also bei mir war es damals eine exzessive Beschäftigung, weil ich Nazi geworden bin, ja, das war irgendwo, gehörte das dazu, aber sie sagt ja selber, sie war keine überzeugte, keine weltanschaulich gefestigte Linke, das ist ja auch noch irgendwas, wenn tatsächlich jemand eintaucht in dieses Gegennarrativ des Kommunismus, ja, und dann erzählt, wir müssen begreifen, Nationalsozialismus hat die, die Wurzeln in Bürgerlichkeit und die Wurzeln im Kapitalismus, wir müssen heute überall Rhabarber, Rhabarber, Laber, Laber, alles ausleuchten, dagegen angehen. Sie war ja ein Mädchen, das Ärzte gehört hat, ja, die Punks geil fand und sich dann intensiv mit dem Nationalsozialismus beschäftigt hat und dann ihrer, ihrer Stiefmutter oder Freundin ihres Vaters dann dazu, äh, ja, eine Reaktion abgerungen hat, die sie jetzt anscheinend getriggert hat, wie ich das verstehe. Das ist ja auch nicht normal, sage ich mal. So, nach all diesen Einzelheiten, könnt ihr euch ja so ungefähr vorstellen, wie ich so drauf war. All diesen Einzelheiten, ich kann nicht mehr. Hösterlich wie innerlich. Ich war eben Anti-Nazi, Anti-Rechts. Wobei ich mich nie wirklich als richtig Punk oder Links gesehen habe, weil ich wusste, okay, dir eine zerrissene Jeans anzuziehen und einen Kein Bock auf Nazis T-Shirt zu tragen, machte ich nicht gleich dazu. Es gab ja auch keine tiefgreifende Auseinandersetzung mit linkspolitischen Themen. Ich zeichne Ich muss dazu auch mal sagen, ich finde auch dieses Framing hier wieder sehr gefährlich. Ich muss kein Linker sein, um Nazis Scheiße zu finden. Im Gegenteil, ich als Liberaler finde Nazis heute auch genauso zum Kotzen wie irgendwelche Linksextremisten. Das macht mich aber nicht zu einem von denen. Und kein Bock auf Nazi ist eigentlich Common Sense bei jedem Demokraten, egal ob der CDUler, egal ob der unpolitisch oder ob der grüner SPDler oder was auch immer ist. Ja, ich verstehe, trotzdem kriegt das jetzt nichts zusammen. Sie selber, sie beschäftigt sich exzessiv damit, ja, also mit dem Nationalsozialismus, das, und dann sagt sie, ja, ich habe dann nur eine zerfranzte Hose angezogen und ein Gegen-Nazis-T-Shirt, dann wäre doch der Sprung für sie gewesen, die, die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus ist doch der Einstieg in das Politische zu sagen, okay, das möchte ich nicht mehr. Also, ich finde, das beißt sich schon hier, was sie uns hier erzählt. Also, er sagt sie exzessiv, beschäftigt sich mit Nationalsozialismus, das ist ja schon mal ein Schritt dazu, okay, nie wieder Faschismus, ja, nie wieder Nationalsozialismus, das aufzuarbeiten, das zu verstehen, das ist doch erst recht die Arbeit. Ich finde, da hat sie sich doch selber ausgehebelt. Sie erklärt ja auch gar nicht, warum. Sie sagt jetzt nicht, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, weil es gab ja keine Gruppe, die dahinter stand, es gab ja keine Welteinschauung, die sie jetzt dazu genötigt hätte. Sie sagt ja immer wieder, ja, ich war ja gar nicht richtig links, setze das in Anführungsstreichen, hab halt ein Nazis-Raus-T-Shirt getragen. Warum beschäftigt sie sich intensiv mit dem Nationalsozialismus? Was war ihre Triebfeder? Da muss ja was dahinter gestanden haben für sie. Gut, schauen wir mal in ihr Tagebuch. Anarchiezeichen in mein Tagebuch, weil ich es schön fand, nicht weil mir die Bedeutung dahinter wichtig war, vom Verstehen mal ganz abgesehen. Damals befanden sich ja all die progressiven Inhalte noch in ferner Zukunft und waren nicht so omnipräsent, wie sie es heute sind. Trotz allem war diese Gegenrechtseinstellung schon eine kleine Obsession meiner Freundin und mir. Es ist ja auch identitätsstiftend und vermittelt Sicherheit. Hier sind die Guten, dort sind die Bösen, Denken abgeschlossen. Wobei ich sagen muss, dass die Leute, die man damals als Neonazis bezeichnete und wir hatten davon einige an unserer Schule, auch noch richtige Neonazis waren. Im Gegensatz zu heute, wo die inflationäre Verwendung des Begriffs selbigen hat, komplett bedeutungslos werden lassen. Ja, es ist eine Problematik, die habe ich auch schon angesprochen. Ich bin auch kein Freund des inflationären Gebrauchs des Begriffs Nazi. Ja, stattdessen einfach lieber Rechtsextremist sagen. Das ist ja mein Credo, was ich auch bei meinen Vorträgen immer sage. Jeder Nazi ist ein Rechtsextremist, aber nicht jeder Rechtsextremist auch ein Nazi. Das sollte man schon wissen, auch historisch einordnen, weil irgendjemand, der ein Islamhasser ist, der ist trotzdem nicht auf eine Stufe zu stellen mit Massenmördern im Wartestadium, die den Holocaust leugnen und einen Neuen herbeisehen. Das ist schon ein Unterschied, den man machen muss, auch historisch gesehen, um eben dann diesen Begriff mit dem Grauen und den Verbrechen auch verbinden zu können, die auch stattgefunden haben. Wobei ich sagen muss, dass die Leute, die man damals als Neonazis bezeichnete und wir hatten davon einige an unserer Schule, auch noch richtige Neonazis waren. Ja, trotzdem immer richtige Neonazis und so weiter, muss man sagen. 2006 in Dresden wird es das auch noch gegeben haben, wenn sie in Dresden dann auch zur Schule gegangen ist. Da wird das Pflaster dann schon noch ein bisschen was anderes gewesen sein, wie beispielsweise in Hamburg, Köln oder München oder so. Da muss man schon nochmal differenzieren. Trotzdem ist es das, aus dieser Bubble wird sie trotzdem Applaus kriegen. Das sind genau die Leute, die sie auch konsumieren und die sie dann auffordert, bei Patreon dann doch zu unterstützen. Also falls ich jemand bei Patreon unterstützen möchte, ich weiß nicht, ob Axel das mittlerweile eingerichtete Kanalmitgliedschaft, checkt auch bitte den Kanal vom lieben Axel Reitz aus. Der Reizeffekt, ich denke, da wird viel Input kommen. Bei Instagram wisst ihr ja, ist er verlinkt. Wer mein Instagram hat, der hat wahrscheinlich dann auch das auch von Axel und wenn nicht, dann Schande über euer Haupt. Dankeschön, ich nutze die Zeit aber auch ganz kurz für unsere Sponsoren. Ja, also, hier, Charlotte, hier kannst du was lernen. ZEK Plus, ehemals Zecke, deswegen ZEK Plus unterstützt unsere Arbeit mit Philipp 10. Könnt ihr sparen, alles was Supplements, Klamotten angeht und so weiter, Healthlinie, Dankeschön. Und auch mein Freund Klaus Grill, der immer sehr engagiert ist, Stellung bezieht und so weiter, Beef Bandits mit Philipp 10, Fleisch, alles mögliche, geile Sachen, Dankeschön, Anneli, die Supporten und das Buch. Ich will hoffen, dass Axel auch bald ein Buch draußen hat und das werden wir dann hier groß promoten und verbreiten und gucken, was er da reinschreibt. Also, wir werden sehen. Dankeschön, Werbeblock Ende. Also, wir werden uns weiter... Oh, ich habe meinen Computer hier gerade kaputtgeschlagen. So, Axel, warte, du kannst... Wir machen keine Schnitte, wir unterbrechen einfach live und Philipp den PC kaputt schnell. Das ist aber auch eine blöde Proppe. Das muss ich dem Ronny mal sagen. Das, was er mir hier verkauft hat als PC-Deckel ist... Was drauf? Jetzt habe ich das Ding reingeboxt. Gewalt kann dann doch immer mal wieder eine Lösung sein, wenn es um Computer geht. Ich bin froh, Philipp, dass es kein Küchenrollenzwischenfall war. Mehr sage ich jetzt nicht. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Also, ich würde dann sagen, wir lassen das Video noch mal weiter laufen, bis der Computer hier... So, ich hoffe, der läuft jetzt noch. Im Gegensatz zu heute, wo die inflationäre Verwendung des Begriffs selbigen hat, komplett bedeutungslos werden lassen. Danke, Merkel. Du A*****. Wie dem auch sei. Die Neonazisten... Witzig, witzig sein, aber... Ich weiß nicht. Ich finde es jetzt auch sehr platt. Dann dieses Danke, Merkel. Was hat jetzt der inflationäre Begriff... Verwendung des Begriffes Nazi mit Angela Merkel zu tun? Also, ich weiß nicht. Angela Merkel ist jetzt niemand gewesen, der in jeder Rede dann von Nazi, Nazi, Nazi gesprochen hätte. Aber kommt gut an. Kommt halt gut an. Das muss man halt sagen. Ja, dieses Anti-Merkel noch und gegen die da oben ist halt lustig. Dann dieser lustige Pieper, da werden sich einige ihrer Follower, die werden sich auf ihren Fliesentisch geworfen haben. Da wird der Tabak aus der 2,5 Kilo Büchse runtergefallen sein und hoffentlich ist der Stoppfer nicht ab. Muss man leider so sagen. Der Zentralrat, der Fliesentischbesitzer, Besitzer, Besetzer ist entsetzt. Ja, schweres Wort. Frühmorgen. Es ist so und ist so eine Art Humor. Da muss man wahrscheinlich auch in der Bubble sein, um das lustig zu finden. In unserer Schule konnten wir mit unseren Klamotten und unserer Teilnahme an diversen Exkursionen, beispielsweise nach Nürnberg, jedenfalls richtig schön aufregen. Bald waren wir als die Zecken verschrien. Und das hat uns richtig stolz gemacht. Auf der anderen Seite verfestigte sich so unser dualistisches Weltbild à la rechts ist gleich böse. Und es sollte noch eine ganze Weile dauern, bis ich begann, diese einfache Gleichung zu hinterfragen. Stopp, 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 stopp. Also sie sagt ja jetzt, sie ist gegen ein dualistisches Weltbild. Ja, also rechts böse, links gut. Aber sie vertritt doch heute nichts anderes. Ja, also ihr ganzes Video ist ja auf Feindbilder ausgerichtet und auf die Selbstproduzierung als ich bin Rechte, mein Weg in rechte Kreise, die richtigen Argumente der richtigen Leute. Das wirkt jetzt auch nicht gerade sonderlich heterogen. Das ist ja auch ein homogenes, binäres Weltbild, was sie hier vertritt. Und das ist dann immer ein bisschen komisch. Also mit dem Finger auf die Vergangenheit zu zeigen und zu sagen so, ey, boah, damals, Alter, da kann nicht nur schwarz und weiß, hell und dunkel, gut und böse. Sie vertritt doch heute genau dieselben Positionen, nur in umgedrehter Reihenfolge. Nachdem ich 2008 meinen Realschulabschluss absolviert hatte, besuchte ich eine Fachoberschule für Gesundheit und Sozialwesen. In dieser Zeit las ich Noah Sows Buch Deutschland schwarz-weiß. Und was dann geschah, wisst ihr, wenn ihr mein Inissa Amani-Video gesehen habt. Rassismus war plötzlich überall. Die Art und Weise, wie dieses Buch verfasst wurde, passte allerdings auch perfekt auf meinen damaligen Persönlichkeitstypus. Da ich von Natur aus sehr mitfühlen und harmoniebedürftig bin und Konflikte lieber durch Kooperationen statt durch Konfrontation kläre, fielen die dort getätigten Äußerungen auf fruchtbarem Boden. Also Philipp, Entschuldigung, du musst jetzt einfach mal auch hier ein bisschen Pause machen. Also ich selber bin ja auch ein sehr empathischer Mensch und sehr mitfühlt. Das war ich damals auch. Ja, und das hat dann sehr gut dazu gepasst, dass ich ein Buch gelesen habe und dann überall Rassismus gesehen habe. Ja, also das muss man auch einfach mal sagen. Aber so mitfühlend, wie ich war, war das natürlich ein gutes Einfallstor. Und ja, das wollte ich nochmal sagen. Lest keine Bücher, die sich kritisch mit Rassismus auseinandersetzen, weil sonst seht ihr den überall. Lest lieber Martin Sellner. Das ist auch ein ganz toller junger Mann, der auch sehr mitfühlend war und immer noch ist. Und dann seht ihr, wo der Kulturkampf an allen Ecken und Enden stattfindet und beklagt euch über den Kulturmarxismus in Deutschland. So wie die inflationäre Verwendung des Begriffes Nazi. Die waren nicht so empathiefreudig, so wie ich es bin. Aber sollte man nicht lesen. Ja, ist schon merkwürdig. Selbst wenn ich dir das sehe, wie du das nachmachst. Es ist einfach... Ja, also weiß ich nicht. Es ist irgendwie, es ist ein schlechtes Schauspiel. Tut mir leid. Also ich verstehe auch die, das ist ja... Es ist nichts greifbar. Es ist ja keine stringente Logik dahinter. Ja, es sind Feindbilder, die immer wieder eingemengt werden. Ja, von wegen, ah, hier ein Buch über Rassismus. Danach habe ich überall Rassismus gesehen. Gepaart mit Eigenlob. Ja, also ich war ja schon immer so mitfühlend. Und ich war ja immer schon jemand, der eher harmonisch unterwegs war. Ich habe ja, Axel, ich habe ja auch Menschen kennengelernt, die sich selber als Super-Empathen bezeichnen. Und wow, da muss man sagen, empathisch ganz weit hinten. Ja, sondern immer geht es um sie, wie sie von allen wahrgenommen werden wollen. Du bist ja so ein toller Mensch. Die wollen das überall hören. Die sagen das auch jedem. Ich bin auch immer ganz, ganz skeptisch, wenn Leute über sich selber sagen, ja, ich bin so ein empathischer und liebenswerter und toller Mensch. Wer das über sich selber sagt, dann sage ich immer zu denen, ich sage, ich würde es besser finden, wenn du mir Leute vorstellst, die das über dich sagen, die dich länger kennen. Also das wäre ein Urteil. Aber über dich selber das zu urteilen, finde ich, ist schon sehr, 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 sehr strange. Was riecht dir so, ist es der Eigenlob, der so stinkt, ne? Naja. Und weil ich das Gefühl des Ausgegrenztseins und der Verletzung kannte und nicht wollte, dass es andere... Aber, aber, aber... Aber was sie da vergleicht, ist doch kein Vergleich. Zwischendurch sind aber trotzdem so wichtige Informationen, die sie einrührt, die es authentisch wirken lassen sollen. Aber dann ist ja die Frage, wo hast du dich ausgegrenzt gefühlt? Warum? Wo warst du verletzt? Weshalb? Was hat das damit zu tun? Ja, du kannst doch nicht vergleichen... Du kannst doch das nicht vergleichen an einer Oberschule für Soziales und was... Ja, irgendwas Medizinisches was, glaube ich, ne? Ja, also das sind ja so Privat-Oberschulen teilweise. Wir haben auch da eine Schule von hier in Lübeck, die heißt Dorothea Schlötzer Schule. Also da kannst du auch in Fachbelegen klatschen. Tut mir leid, soll jetzt nicht böse gemeint sein. Und... Das kann ich gut. Ja, und dann das zu vergleichen wie jemand, der in Deutschland keine Wohnung kriegt, keine Arbeitsstelle oder sonst was aufgrund seiner Hautfarbe oder der Religion und dann zu sagen, weil ich eine zerrissene Hose und ein Fuck-Nazis-T-Shirt anhab und dann auf eine Oberschule gehe, wo ich... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob der Vergleich dann schon ein bisschen kacke ist, ne? Würde schon... Ich sag ja, Küchenpsychologie, ja, ich denke, bei ihr wird Narzissmus eine der Haupttriebfedern sein, warum sie sich engagiert, weil sie stellt ja immer dann sich selber ja irgendwie dann als super positiv dar und als super reflektiert und super nett und freundlich und ja, ne? Und vermengt das Ganze dann mit weltanschaulichen Themen und dem Promoten von Vorbildern und klaren geistigen Leitplanken, die sie vertreten. Ich hab den Schmerz dieser Welt, hab ich auch gefühlt, Leute. Ja, augengroß Aufschnitt. Genauso ging, war es leicht, mir als Mitverantwortlicher ein schlechtes Gewissen einzureden. Und dann begann ich, Vorträge zu halten. Alles, was heute von BLM kommt, habe ich bereits 2009 in Klassenräumen einer privaten... Eine Prophetin, Philipp! Eine Prophetin! Was von Black Lives Matter in den USA erzählt wurde, hat sie 2009 den Klassenräumen schon von sich gegeben. Warum hat sie keine Horoskope geschrieben? Ja, oder Lottozahlen vorhergesagt? Dann wäre sie heute Millionärin und könnte dem Jammertal Deutschland entfliehen. Ja, wieder die falschen Wege eingeschlagen. Wenigstens hat sie es eingesehen. Ja, Vorträge gehalten. Also gehe ich davon aus, einmal einen Schulaufsatz vor der Klasse vorgetragen, irgendwie zum Thema Rassismus. Und sie hat... Ich weiß nicht, ich würde es gerne hören, weil ich habe das Gefühl, da schmeißt sie sich auch in so eine Art Opferrolle. Ja, ich kann Rassismus nachfühlen, weil ich selber mal von einem Nazi auf der Straße angepöbelt wurde, weil ich ein Fuck-Nazi-T-Shirt anhatte. Und deswegen kann ich den Schmerz aller Unterdrückten dieser Welt fühlen. Also ich kann mir sie da schon irgendwie so als 16-Jährige vorstellen. Und wer... Kann ich mir schon irgendwie... Aber sie macht ja jetzt auch wieder was sehr Gefährliches. Sie sagt ja nicht, okay, ich habe damals übertrieben. Ja, ich habe es damals zu extrem gesehen. Ich habe damals eine Kollektivschuld den Leuten aufoktroyiert, wie es Teile der Black-Life-Matter-Bewegung machen wollen, was auch Identitätspolitik und deswegen falsch ist. Das wäre alles legitim. Aber sie denkt ja jetzt auch wieder im Schwarz-Weiß. Ja, sie sagt jetzt auch, oh, damals habe ich das erzählt, aber das war ja im Grunde genommen alles Blödsinn. Damals war ich doof, damals war ich manipuliert. Ja, damals habe ich Bücher gelesen und überall Rassismus gesehen. Ja, sie könnte einfach auch sagen von wegen, gut, damals war ich jung, da war ich überschwänglich. Ich habe eben die Dinge dann zu ernst genommen oder zu extrem betrachtet. Das passiert ja auch schnell, wenn man sich in Themen verliert. Aber nein. Sie sagt ja jetzt, das war damals Blödsinn, das war damals Schwachsinn, das waren damals die falschen Argumente und das stimmt alles nicht. Und damals habe ich alles schon gewusst, was die heute auch erzählen. Da seht ihr ja, was das alles für ein Blödsinn ist. Ich wurde viel belächelt und musste zahlreiche Diskussionen über mich ergehen lassen, aber mir hat es nicht wirklich etwas ausgemacht, denn ich kämpfte ja für das Gute. Wieder etwas sehr Identitätsstiftendes. Andererseits durchzogen dieses Narrativ bald subtile Zweifel, denn weil ich jeden von meiner Weltsicht zu überzeugen versuchte, las sich auch meinem damaligen Freund die ersten Seiten des Buchs vor. Sein Urteil fiel allerdings nicht sehr gnädig aus. Er meinte, die Frau spaltet Haare. Und weil ich ihn vor allem für seine Intelligenz schätzte, hinterließ diese Aussage, naja, ich sag mal, einen bitteren Geschmack. Er war es damals... Schön, wie wir sehen, dass sie sich eigenständig Gedanken gemacht hat. Also irgendwann selber reflektiert hat und gesagt hat, hey, ich hinterfrage Dinge jetzt kritisch, wenn sie ja schon so viele Diskussionen über sich ergehen lassen musste. Ja, also sie wurde wirklich dann ja anscheinend nicht mit Samthandschuhen angefasst und musste diskutieren. Aber erst als ihr Freund, den sie sehr geschätzt hat wegen seiner Intelligenz, mit jemand Dummen wäre sie ja natürlich nie zusammen gewesen, dafür ist sie ja selber viel zu klug, gesagt hat, das ist Haarespalterei, Rassismus, Haarspalterei. Ja, da hat sie dann gesagt, oh, jetzt muss ich nachdenken. Also liebe Charlotte, du willst doch ein eigenständiger Mensch sein, du legst doch Wert auf deine Individualität, auf deine Fähigkeit, ein kritischer Geist zu sein. Warum läufst du ständig irgendwelchen Leuten nach, die dir die Welt erklären müssen? Aber wie schnell, sie sagt ja auch, war die Saat gelegt oder irgendwie der erste Gedanke da, ist es ja dann doch, das hingezogen fühlen zu einer männlichen Person, der dann sagt, hier, das und das, was du da jetzt gesammelt hast, das ist nicht gut in dem Buch, da stimmt, ich beschäftige dich damit mal Puppe, ja, so stell mir so ein bisschen vor, dass man dann sagt, ja, okay, dass da alles auf einmal durch so einen Satz dann ins Wanken gerät. Vorher noch Diskussionen, Black Lives Matter in die Welt hinausgetragen, irgendwie die Urschöpferin davon und dann so eine Diskussion mit dem Freund, ja, wie auch passte der Freund erstmal in diese Lebenswelt vorher, weiß ich nicht, wie diese biografische Kurzerzählung irgendwie so alles zusammenpasst. Also das ist da, also mir fehlen da mehrere Stunden Input, wobei ich da keinen Bock drauf habe. Ja, aber vor allem, sie sagt ja auch, sie taucht so in die Thematik ein, dass sie selber Vorträge gehalten hat, die alles vorweggenommen haben, was heute geäußert wird und dann kommt ein Typ daher und sagt nach den ersten Seiten, ohne sich mit dem Gesamtwerk auseinanderzusetzen, ach, Raspalterei, komm, leg beiseite und dann, uh, fiel der Schleier und sie sagte, Mensch, Alter, da muss ich mich jetzt auch mal kritisch mit auseinandersetzen, was vorher anscheinend nicht stattgefunden hat. Ne, also, Nina. Ja, ist natürlich ein Input. Einerseits kann ich in Hinsicht zustimmen, dass man durch Inspiration neue Erkenntnisse erlangt und da sehe ich Philipp und Axel als gutes Beispiel. Na klar ist das, na klar ist das so, aber wir reden jetzt hier davon, dass sie vorher so gefestigt war und jetzt spricht sie mit einem Freund, der auf einmal, der muss ja auch irgendwo hergekommen, weil, weißt du, sie hat ja vorher gesagt, oh, ich war so links und auf einmal redet sie doch davon, ja, hat sie so abgetan, ich hatte ja nur ein T-Shirt und Hose an. Jetzt auf einmal hat sie doch diskutiert mit jedem. Sie war in der Schule, hat Vorträge gehalten, hat sich damit beschäftigt, sie war die Vordeckerin von Black Lives Matter. Das ist, das ist für mich, hä, okay, warst du jetzt ideologisch unterwegs, warst du gefestigt, hast du dich mit Nationalsozialismus ausgesetzt oder hast du dir nur ein scheiß T-Shirt gekauft? Ja, also, das wird hier einfach nicht klar. Keine Stringenz in der Erzählung, es ist so ein Konglomerat aus verschiedenen Geschichten, die von verschiedenen Personen stammen könnten, wenn man die auseinander nennt, ne? Auch der mir den Film Zeitgeist empfohlen hat, welcher mich sehr beeindruckte und gleichzeitig für alternative Sichtweisen offen werden ließ. 9-11 war ein Inside-Job. Erzählt mir nix. Man merkt hier bereits das Thema Vorbilder. Vorbilder. Ja, ich bin eigentlich schon raus. Also eigentlich an dieser Stelle, tut mir leid, könnte ich eigentlich schon gehen. Also das ist schon so der Offenbarungseid für jeden klar und nüchtern denkenden Menschen, der so einen Bullshit rausrotzt und der so einen Dreck, ich kann es nicht anders sagen, wie dieses Zeitgeist-Machtwerk, ja, was den Geist für alternative Medien öffnet, ja, also für Bullshiterei von Leuten, wie Oliver Jahnig den sehr hoch hält. Tut mir leid, muss man eigentlich schon sagen, dann hast du dich disqualifiziert für jede weitere vernünftige Diskussion, wenn du dich damit nicht kritisch auseinandersetzen kannst, ja? Es ist auch ein Unterschied zu sagen, ja, was mir erzählt wird, ist mir einiges nicht klar, darüber kann man diskutieren, das machen sehr viele kluge Köpfe auch, aber dieses pauschale Inside-Job, alles nicht wahr, was da erzählt wird. Ja, und wie es gesagt wird, Axel, das ist ja noch ekelhaft. Wie es gesagt wird, ist es einfach noch dieses, dieses von oben herabtriggern, mich ja so hart bei ihr, hat, welcher mich sehr beeindruckte und gleichzeitig für alternative Sichtweisen offen werden ließ. 9-11 war ein Inside-Job. Erzählt mir nix. Man merkt hier bereits, Schnitt, Das Thema Vorbilder und Leitfiguren hat in meiner politischen Entwicklung eine ganz zentrale Rolle eingenommen. Komme ich später nochmal zu. 2010 begann ich dann soziale Arbeit zu studieren und war damit erstmal beschäftigt, die nächsten drei Jahre. Für Politik interessierte ich mich eher so nebenbei. Ich verfolgte die anhaltenden Diskussionen über Vorratsdatenspeicherung und die Aktionen von Anonymous. Lars interessiert die Streitschrift Angriff auf die Freiheit von Juli C. und Ilya Trojanow und verstand Breiviks Probleme mit dem Feminismus und der Einwanderung muslimischer Mitmenschen nicht. Nichts ahnen, dass ich den Positionen des Lesteren in Zukunft näher sein würde, als mit so einem damaligen Zeitpunkt lieb gewesen wäre. Das muss man jetzt festhalten. Stopp mal. Ich verstand Anders Breiviks Probleme. Also, das ist schon hardcore. Sie hat ja erst gesagt, Axel, warte. Also ein Massenmörder, ein geisteskranker Massenmörder, der mittlerweile mit Hitlergruß in den Saal kommt und der froh war, dass er Kinder ermordet hat. Dieses Schwein, dieses Dreckschwein. Ja, aber ich verstand die Beweggründe, dass er Probleme... Axel, sie hat gesagt, Axel, sie hatte gesagt, sie verstand das erst nicht, aber heute ist ihre Position näher. Sie hat nicht gesagt. Ja, aber jetzt ja. Ja, genau, jetzt. Genau, sie sagt jetzt. Sie hätte nie gedacht, dass ihre Position heute näher an ihm dran ist, wie zu vielen anderen. Also das muss man, nur damit man es wirklich hört. Und das ist für mich eine Sympathiebekundung zu einem der wirklich größten, ekelhaftesten Attentäter. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier, egal wer erschossen wurde, aber hier wurden Kinder und Jugendliche auf der Insel erschossen, der mit Hitlergruß und Manifesten immer weiterhetzt und so weiter. Das ist einfach, also es ist ekelhaft. Nur, dass wir jetzt noch mal ganz kurz hören, was ich dazu sagen habe. Und ich war damit erst mal beschäftigt, die nächsten drei Jahre. Für Politik interessierte ich mich eher so nebenbei. Ich verfolgte die anhaltenden Diskussionen über Vorratsdatenspeicherung und die Aktionen von Anonymous. Lars interessiert die Streitschrift Angriff auf die Freiheit von Juli C. und Ilya Trojanow und verstand Breiviks Probleme mit dem Feminismus und der Einwanderung muslimischer Mitmenschen nicht. Nichts ahnen, dass ich den Positionen des Lesteren in Zukunft näher sein würde, als mir zum damaligen Zeitpunkt lieb gewesen wäre. Also, ja, aus damaliger Sicht noch als 20, was? Ich sagte ja, zum damaligen Zeitpunkt lieb gewesen wäre. Das heißt ja, heute ist es okay für Sie, aber ich verstehe auch den Zusammenhang nicht. Man kann ja sagen, hier, da fand ein Attentat statt und warum bringt Sie jetzt das in einen Kontext mit Ihren heutigen Positionen? Also Probleme mit dem modernen Feminismus zu haben oder sich kritisch mit Parallelgesellschaft auseinanderzusetzen, ist was anderes als dieser rigide Rassismus, als dieser Wahnsinn, der von diesem Massenmörder da verbreitet wird. Warum ist da so ein Zusammenhang für Sie da? Das verstehe ich nicht. Warum muss das jetzt hier reinfließen? Damals habe ich das nicht verstanden, was der gemacht hat, aber heute weiß ich, was der wollte. Was soll das? Warum muss da direkt dann so ein Terrorismusverständnis mit mit reinkommen? Ja, und jemand hat gerade geschrieben, sie hat auch auf Instagram einen Shitstorm ausgelöst und als Recht vorgelegt, und meint sie, sie nur auf seine Position, nicht auf die Taten zu beziehen. Die Positionen haben ja die Tat ausgelöst. Das kann man doch nicht loslösen davon. Die Positionen sind ja aber auch nicht wirklich besser, wenn man sich ja ein Manifest durchliest. Der Mann ist ein Extremist sondergleichen. Also da ist ja kein Grauton, da ist ja keine sanfte Kritik, da ist ja kein Wunsch nach legitimer Veränderung oder Teilhabe am Diskurs. Da gibt es ja nur ein Entweder wir oder die. Wir müssen losschlagen, wir müssen zur Waffe greifen, wir werden ausgehöhlt, wir werden vernichtet, die Überfremdung, der große Austausch kommt. Und Axel, du musst ja auch erst mal hier Andreas Breivik in deinem Video aufnehmen, wo es um deine Biografie geht. Es geht um elementare Dinge aus meiner Biografie, um mich besser kennenzulernen. Und wen nimmt man in seinem Video? Andreas Breivik. Na schön. Also toll. Ich hoffe, ich habe jetzt ein schönes Bild von mir gezeichnet. Ja, Wahnsinn. Und dann geht auch so ein Satz unter. Ja, ich konnte damals seinen Frauenhass und den Hass gegen Muslime nicht teilen, aber heute bin ich in seinen Positionen ganz nahe oder nahe. Ist ekelhaft. Ist wirklich ekelhaft. Ich finde, Andreas Breivik ist wirklich einer der ekelhaftesten Menschen und Taten, die es in den letzten 10, 15 Jahren gegeben hat, was da passiert ist. Also, ich saß zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Ein scheiß Kindermörder bei sich, der ins Video einzunehmen und dann auch zu sagen, ja, heute verstehe ich ja seine Position und stehe den weit näher. Also, ist wirklich ein Gütesiegel. Klar kann man damit provozieren, klar kann man damit triggern. Uns hat es ja auch getriggert, aber man muss ja wirklich da mal klar sagen, also Mädchen, warum? Weshalb? Also, Ich erinnere mich auch an eine Szene aus dieser Zeit, welche meine anhaltende Indoktrination aus Schulzeiten wunderbar veranschaulicht. Hier wird aber alles reingestellt. Aber auch hier mal direkt reingegrätscht ihre anhaltende Indoktrination aus Schulzeiten. Sie sagte selber, als sie in der Schule angefangen hat, alle damit zuzulabern, hatten die Leute keinen Bock und sie musste viele Diskussionen über sich ergehen lassen. Also, was denn jetzt? Wurde dir widersprochen? Haben die Leute gesagt, hör doch auf, so ein Kram zu erzählen oder boah, gehen Sie sich auf den Sack? Oder wurde sie gezielt doktriniert? Und dieses Buch, was ja dann quasi wegen ihrer großen Empathie sie auf die falsche Fährte geführt hat, überall Rassismus erkennen zu können, das hat sie doch eigenständig und selber gelesen. Das ist ja nicht von der Schule vorgezeigt worden. Also, was denn jetzt? Wurde sie indoktriniert oder bist du die Stichwortgeberin gewesen, die quasi schon den Urstein gelegt hat 2009 für Black Lives Matter? Das ist alles so eine Grütze, die können sie so auseinandergehen. Ein kurzer Input noch rein und zwar vom BBMG Trill. Dankeschön an erstmal knapp 900 Zuschauer auf den beiden Plattformen Twitch und YouTube. Dankeschön. Axel und Philipp, was war damals eure Meinung zu dem Attentat? Ich muss sagen, ich saß im Gefängnis zu dem Zeitpunkt, auch wegen schweren Landfriedensbruch, wo ich dann entlassen wurde und nicht verurteilt wurde für, aber trotzdem hätte ich verurteilt werden müssen. Ich habe das Attentat gesehen und ich habe es aufs Schärfste verurteilt. Ich war auch nie ein Vertreter davon, egal was ich gemacht habe, auch wenn ich wirklich ein kämpfender politischer Soldat sein wollte. Angriffe gegen Kinder und Frauen habe ich nie befürwortet und ich wüsste auch nicht, was Attentate, egal welcher politischen Richtung, irgendwas bringen sollte. Also auch da muss man sagen, nicht jeder, nicht jeder Rechte oder Linke befürwortet Steine auf Polizisten oder Anschläge. Nicht jeder, der den Islam radikal auslebt, befürwortet den IS und so weiter. Da muss man sehr differenzieren. Ich habe es massiv verurteilt und war richtig traurig. Ich habe mir das stundenlang im Gefängnis angeguckt und war traurig über all diese Kinder, die da ihr Leben verloren haben, muss ich ehrlich sagen. Das war bei uns auch in der Szene, in der ich mich bewegt habe, auch Common Sense. Also der Breivik hat ja damals auch Kontakte zu Freimaurern gehabt und da haben wir darauf abgestellt, gesagt, ach guck mal hier, so ein Freimaurer, der verübt jetzt Attentate. Das ist vom System gewollt, was der gemacht hat, damit sie uns mit unserer legalen politischen Arbeit verfolgen können. Also wir haben dann eine Verschwörungstheorie draus gesponnen, aber haben das auch nicht gut gefunden, haben das auch abgelehnt. Das war auch einhellige Meinung, dass wir dann auch natürlich rassistisch konnotiert gesagt haben, ja, aber der hat ja auch weiße Kinder umgebracht. Widerlicher Gedankengang, keine Frage, aber so haben wir damals gedacht. Ist so. Keiner hochgehalten hat. Ist so. Keiner gesagt, so boah geil, was der gemacht hat. Ich hatte nämlich 2012 eine kleine Geschichte in den Niederlanden. Eine sehr unglückliche Liebe meinerseits, wie so oft in meinem Leben. Oh, auch dieses Betteln so nach jedem Mann drückt mein Herz. Charlotte, komm zu mir nach Zvigo. Ich bin da so lieb und hab so große Augen und mir wird ganz, ganz warm ums Herz. Kann nicht jemand hier immer wieder ein Bestoff von Axel schneiden. Kingen dort an einem Abend mit seinen Freunden aus und ich weiß noch, wie ich spontan begann, mich für die Kriegsverbrechen der Deutschen an den Niederländern zu entschuldigen. Spontan. Einfach mal angefangen. Vielleicht passierte das bei mir zum ersten Mal. Einfach mal Entschuldigung sagen. Einfach so spontan. Ist ja auch ein normales Verhalten. Du bist mit einem Holländer zusammen. Du bist eigentlich gar nicht mehr politisch. Sagt ja, sie hat ja die Jahre nichts gemacht. Er hat mit Studium beschäftigt gewesen. War unglücklich verliebt. Er hat sie da sitzen lassen und das mal mit Kumpels Party gemacht hat. Und dann fängt man spontan an, sich für die Kriegsverbrechen der Deutschen an Niederländern zu entschuldigen. Also was A, ja erstmal auch nicht verkehrt ist zu sagen, so ey, damals echt scheiße gelaufen, war gar nicht mal so toll, tut mir leid. Auch wenn man keine persönliche Verantwortung hat, das ist ja jetzt eigentlich nicht schlimm zu sagen, was Deutschland damals da gemacht hat. Oha. Aber wie kommt sie darauf? Das ist doch kein normales Verhalten. Also wenn ich damals Liebeskummer hatte, habe ich auch nicht angefangen, mich für irgendwas zu entschuldigen. Was gar nicht in meinem Einflussbereich lag. Und zu sagen dann so, ey, boah, Welthunger, scheiße. Ich habe immer viel zu viel gefressen in meinem Leben. Tut mir leid. Ja, man muss es sagen gerade. James hier, Benzormum, schreibt, S. Breivik, jetzt Herzschmerz, jetzt Herzschmerz. Das ist schon ein großer Sprung jetzt hier, die von Andreas Breivik zu gebrochenen Herz in Holland und alle Männer. Ich habe da ja immer so Fehltritte. Also das ist schon ein großes Kino. Also das ist hier schon, hier ist wirklich alles drin. Ja, und ich bin ja dann auch immer so ein Freund davon, Axel, dass ich mir das so ein bisschen bildlich vorstelle. Irgendwo in Holland, der Freund geht unter, man geht los und dann kommt die 21-jährige Studentin und alle, Frittanje oder wie heißt das? Dieses Frittierte in Holland, ich liebe es. In Holland frittieren die eigentlich alles. Ja, und das ist geil. Diese Automaten finde ich auch mega geil, die es da gibt. Und dann stehst du da mit rum, trinkst ein Heineken oder was weiß ich, egal, Heineken fällt mir jetzt neu. Ah, Frikandel, genau. Und dann auf einmal, Entschuldigung, Leute, Entschuldigung, ich weiß, wir wollen einen schönen, lustigen Abend gleich in der Kneipe haben, aber ich hätte jetzt einfach mal Lust, über Kriegsverbrechen der Deutschen in Holland zu sprechen. Ich habe da mal was vorbereitet, einen kleinen Vortrag. Weiß ich nicht. Finde ich, ist irgendwie... Aber es ist aber auch, wie gesagt, kein normales Verhalten. Also was ist jetzt hier Fiktion und was ist Wahrheit? Ja, aber vielleicht wollte es dir damit auffallen. Vielleicht war das dann so, ich mache dann das arme Mädchen, das arme Dir und ich fühle mich so schlecht, weil ich Deutsche bin und ach, vielleicht hat sie sich erhofft, dass dann der gute Mann sich von seinem Heineken und seiner Frikandel losreißt, sie in den Arm nimmt und sagt, ich zeige dir gleich meine Frikandel, aber ich weiß auch nicht, der Gedankengang ist mir nicht schlüssig. Ich muss mal kurz die Füße heben, da kommt ein Flachwitz. Okay, aber ist für mich, also ist hier schon viel Wirres dran. Also hätte man vielleicht weniger Schnitte machen sollen und bei einem Thema bleiben sollen. Aber gut, kommen wir jetzt. Unter Nichtdeutschen mein Deutschsein so richtig bewusst geworden ist und in meiner Vorstellung diese Erbschuld so untrennbar damit verbunden war. Denn in diesem Moment meinte ich es komplett ernst. Die Schuldigkeit des deutschen Volkes, nicht Hitler und seiner Schergen, des deutschen Volkes, dem ich angehörte, füllte mich vollkommen aus. Ich denke, aufgrund der ungesunden Überidentifizierung mit der Vergangenheit hat meine eigene politische Entwicklung auch so derart lange gedauert. Aber dann geschah... Ja, aber was denn jetzt? Also sie hat als kleiner Pans, kann man sagen, sich mit dem Dritten Reich beschäftigt in ihrer Punkphase, als sie Bela B. so geil fanden, deswegen inhaltslos Anarchie und Nazis rauszeichnen laut ihrer eigenen Aussage gekritzelt hat. Jetzt hat sie eine ungesunde, drastische Überidentifizierung und ja, was denn jetzt? Warst du jetzt politisch? Warst du nicht politisch? Warst du ideologisch? Warst du nicht ideologisch? Was sie da erzählt, ergibt keinen Sinn. Ja, und man muss es auch damit sagen, ich weiß nicht, was sie dann als, welche Weiterwicklung dann von zwölf bis zu 22-jährigen Studentinnen, dann passiert es, das nicht differenzieren zu können, als Studentin zu sagen und man muss es sagen, es waren nicht nur Hitler und seine Schergen, sondern das deutsche Volk hat mitgemacht und hat es getragen. Trotzdem geht es nicht darum, eine Kollektivschuld jetzt dem ganzen Volk und auch heute neuen Generationen überzustülpen, sondern eine Erinnerungskultur. Erbsschuld ist auch ein Kampfbegriff der neuen Rechten. Erbsschuld ist ja das, was die erzählen. Ich bin nicht schuldig, du bist nicht schuldig, das behauptet aber auch keiner. Genau, es geht darum, dass diese Dinge nicht wieder passieren, dass es nicht in einem systematischen Völkermord wieder endet, dass es nicht in neuen Weltkriegen ausartet und so weiter. Es geht um diese Dinge und dazu gehört eine Erinnerung. auch Axel hat auch schon dazu referiert, war auch schon bei der jüdischen Gemeinde eingeladen, ebenso ich. Und da geht es nicht darum, dass da gesprochen wird über eine Kollektivschuld der neuen Generationen und die sich dauerhaft entschuldigen müssen, sondern eine Erinnerung muss aufrechterhalten bleiben, damit diese Dinge nicht passieren. Und die Gespräche, die ich geführt habe, ging es immer auch darum, es geht nicht darum, dass es nicht nur wieder jüdischen Menschen passiert, sondern dass es überhaupt keinem mehr passiert, keinen Völkern oder Gruppen. Ja, das wurde immer differenziert und das neue Narrativ, dessen sich hier auch die Charlotte bedient oder die Nina, das versuchen, Rechte zu verbreiten, so wie der Axel das gerade gesagt hat, dass es angeblich diese Erbschuld gibt, das ist eine neue Erzählweise der Rechten. Ja, und was ja besonders perfide dabei ist, ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, gerade die Leute, die ohne Ende sich auf die Historie berufen, die nicht müde werden, sich als Patrioten, als Nationalisten, als glühende Verteidiger der deutschen Geschichte und Kultur darzustellen, wollen dieses elementare Keinsmal der deutschen Geschichte ignorieren. Ja, da kommt dann Höcke mit seiner erinnerungspolitischen 180-Grad-Wende, sein von Schwarz auf Weiß gedreht, ja, und ja, ach, die schlechten Sachen, da reden wir mal nicht drüber, das ist ja alles zu viel, aber die tollen Sachen, ne, der Kaiser Wilhelm, am deutschen Wesen ist die Welt genesen, das wollen wir wieder, das passt alles nicht zusammen. Ja, sie sitzt jetzt nicht hier als kosmopolitische junge Frau, die sagt von wegen, oh, damals habe ich es ein bisschen übertrieben, sie geht jetzt vom einen Extrem ins andere. Berlin. Berlin geschah und 2014 geschah und die erste Mahnwache für den Frieden. Letztere war sehr wichtig für mein Fortkommen, gar nicht so sehr aufgrund der Veranstaltung selbst, obwohl diese toll gewesen ist und ich immer sehr gerne hingegangen bin. Es war ja auch vollkommen bunt gemischt, alle waren willkommen, egal ob links oder rechts und es ging um Frieden. Damals war ja die Ukraine-Krise, die Annexion der Krim und Sanktionen gegen Russland die Themen schlechthin. Auf den Mahnwachen ging es aber auch um die USA und ihr imperialistisches Treiben, Finanzmarktkapitalismus und die Rolle der Federal Reserve Bank. Oh ja, aber da sehen wir, wie gefährlich es ist, solche halb politisierten, halb gescheiten Personen mit irgendwelchen kruden Feindbildern im Kopf mitzunehmen. Und auch hier hinterfragt sie ja nicht kritisch. Sie stellt es ja so dar, ach, damals links, das war alles blödes Gelaber und ging um Rassismus. Genau um diese Feindbilder, die du hier wieder gerade angeführt hast. Ja, weißt du ja, oh, Imperialismus der USA und Kriegstreiberei und oh, und das sind doch genau die Dinge, die du doch eigentlich auch kritisieren müsstest, die doch genauso mit ihr in die Wiege gelegt worden sind durch deine linke Narrative, die du aufgesogen hast. Ja, und dann sagt sie ja noch ganz stolz, oh, da kamen Linke wie Rechte hin, wir sind die große Volksgemeinschaft, da geht es nicht um Politik, da geht es wieder nur um richtig oder falsch. Also da ist ja auch keine wirkliche Kritik vorhanden. Die ist quasi nur ein Stück weitergegangen, wo sie jetzt Leute gefunden hat, die sie einfach geiler findet, die ihr ein bisschen besser den roten Teppich ausrollen können und sagt jetzt, ey, für Frieden und produziert die gleichen Feindbilder. Und wir haben gerade mit Baba Bartonek auch darüber gesprochen, bei den Mahnwachen gab es nachher eine Radikalisierung. Die Mahnwachen waren von Anfang an von Leuten aufgezogen aus diesen Milieus. Lou Vesovio, Heiko Schrang, Jürgen Elsässer in Berlin, ganz große Nummer. Ja, also diese Mahnwachen sind nicht bürgerlich gewesen, die dann gekapert worden wären. Das waren die üblichen Verdächtigen, die damals angefangen haben, wie es sich hier auch richtig beschreibt, die alten Feindbilder zu produzieren und zu sagen so, ey, hier, nicht Putin ist böse, die böse NATO, die bösen USA mit ihrer imperialistischen Kriegstreiberei treiben die freien Völker in die Situation, um ihre Federal Research Bank, ihren Kapitalismus dann weiter zu verbreiten. Das sind die Narrative, die da vertreten werden in diesen Querdenker-Milieus, die damals auf diesen Friedensdemos auch schon da kolportiert worden sind. Aufgrund des Films Zeitgeist war ich ja schon ein bisschen offener, was diesbezügliche Theorien anging. Was aber der ausschlaggebende Punkt gewesen ist und mich nachhaltig erschütterte war, als Jutta Dittford bei den Öffentlich-Rechtlichen saß und einfach Scheiße erzählt hat. Alla, das sind alles Faschisten und Rechte. Ich war ja da. Ja, also dieses... Jutta, ich muss dazu sagen, zu ihrer Verteidigung, Jutta Dittford ist bekannt dafür, dass sie ziemlich viel Scheiße erzählt. Es sind auch nicht alles Rechte, aber man muss natürlich klar sagen, dass diese Mahnwachen mit ihrer Ausrichtung, ihren Parolen, ihren Positionen, die auch für sie, unsere Nina, laut eigenen Bekunden ja unglaublich wichtig gewesen ist, aufgrund der Inhalte, die dort verbreiten worden sind. Das heißt, die das Fundament gelegt haben für ihr heutiges neue Rechtes Weltbild, ist es ja gar nicht so weit von der Hand zu weisen, zu sagen, ja, da werden rechte Positionen vertreten, da werden Leute in rechte Strukturen gezogen, da wird eben der Humus gesät für das Gedeihen von rechten und rechtsextremen Positionen. Dort gab es keine Rechten. Also nicht solche, wie ich sie kannte, nämlich mit Glatzen und entsprechendem Auftreten. Ja, das ist doch nun heute auch bewusst und auch die Bilder hat es gegeben, auch die Bilder hat es gegeben, wer sich vermischt hat, ja, da gab es schon noch auch Leute zu sehen, die mit eindeutigen T-Shirts und Symbolen und was weiß ich unterwegs waren. Klar sieht das heute nicht mehr aus wie eine Demonstration, die der Axel organisiert hat in, weiß ich, 2000 irgendwas. Wenn du dir die Bilder mal anguckst, wo wir mittendrin in der Hochphase der autonomen Nationalisten waren, ja, wo wir mit Pallertüchern, Che Guevara-T-Shirts umgedrehten in den USA fahren, Pluggen und Transparenten gegen Krieg und Imperialismus rumgelaufen sind, das hätte genau so eine Demo da auch sein können. Bei uns liefen nachher auch Leute rum mit Dreadlocks, Rasterzöpfen und so weiter und so fort. Also die, selbst unsere Szene ist ja zu unseren aktiven Zeiten schon unglaublich divers und optisch nicht mehr klar einzuordnen gewesen. Ja. War absolut bunt. Wie gesagt, die Typen, die ich aus meiner Schulzeit kannte, hätten einen Teufel getan, dort auch nur einen Fuß hinzusetzen. Ich würde sogar sagen, die meisten waren links. Doch auf einmal wurde die gesamte Bewegung von den Medien zerrissen und ich, welche mich selbst so derart Antirechts wahrnahm, war tödlich beleidigt. Als ob ich auf eine Nazi-Demo gehen würde, hallo? Das war der Moment, in dem es erstmals Klick gemacht hat. Hier stimmt was nicht. Die Medien sind nicht neutral. Schlimmer noch, sie berichten nicht die Wahrheit. Exakt zur selben Zeit lernte ich... Die Medien! Die Medien sind nicht neutral und berichten nicht die Wahrheit. Nie, niemals, auf keinen Fall. Wir kennen das, wenn wir dann die Lottozahlen gezogen bekommen, ist immer gelogen, da wird nichts richtig berichtet, von keinem. Niemals. Alle Medien, alle Zeitungen, alle Radiostationen, alle Fernsehsender, alle berichten, nur gelogen ist, niemals die Wahrheit und den darf man nicht trauen. Hat sie gut gelernt. Also man kann sich natürlich über parteiische Berichterstattung aufregen. Ja, aber da muss man immer fragen, wo lief das, in welchen Zusammenhang, war es ein Nachrichten, war es ein Meinungsbeitrag, kann ich die dort geäußerte Meinung auch nachvollziehen? Dann kritisiert sie Jutta Dipp vor. Und ich muss auch dazu sagen, Axel, es wurde oft differenziert berichtet, dass dort Nazis mitmarschieren, dass dort Rechte mitmarschieren. Es gibt von ganz vielen Rechercheplattformen, ganz viele Bilder, muss man sagen, kann man mal wirklich Belltower News, die ich wirklich konsumiere, ich bin Fan von denen, deren Arbeit, die machen tolle Aufklärungsarbeit, Belltower News und Endstation Rechts oder so, die dann wirklich auch hunderte Fotos posten, von Menschen, die sie im Rechtsextremismus, im Rechtsradikalismus verorten und sie auf diesen Demos auf ganz unterschiedlichen Corona, Mahnwachen, egal was, Friedensdemos und so weiter abfotografieren, um zu zeigen, hier, die sind bei den Demos dabei. Ja, also, und da muss man dann gucken, natürlich gab es ja Medien, die sagen, alle rechts und dann gab es YouTube und dann gibt es auch Medien, die das sagen, dann gibt es auch, es gibt ja auch in der Medienlandschaft ganz verortete linke Zeitschriften, es gibt verortete rechte Zeitschriften, Medien und so weiter, die das ganz unterschiedlich berichten. Aber hier geht es ja auch wieder um eine persönliche Empfindung. Ich war zutiefst beleidigt, dass jetzt diese Demonstration beleidigt worden ist. Ja, also, dann muss man da... Dann zieht sie eine bekannte Linksextremistin, Jutta Dittfurt, heran. Ja, also eine Frau, die unter anderem geäußert hat, sie fände es geil, dass damals Dresden bombardiert wurde und wenn die weiter AfD-Wählen Pegida laufen lassen, sollte das wieder geschehen. Ja, also, da weiß man ja schon, wer da einen Meinungsbeitrag abgibt. Ja, es ist ja nicht so, dass Jutta Dittfurt dahingesetzt wird als Nachrichtensprecherin, die objektiv jetzt etwas erzählt. Sie bezieht sich auf explizite Meinungsbekundungen, ja, von Leuten, die eine starke polarisierende Meinung vertreten und sagt einfach, ja, das ist die Haltung von allen Medien in Deutschland, von allen Fernsehsendern, da hatte ich den Aha-Effekt, die erzählen ja Unsinn, weil ich bin ja kein Nazi, ich bin ja keine Rechte. Mädchen, wenn du da mitgelaufen bist, diese Parolen dir angehört hast, dann warst du mit einer ganzen Menge von hochrangigen Rechten unterwegs, Jürgen Elsässer und so weiter und so fort, ja, ob die mal links waren, ob die auch linke Positionen vertreten, wie ihr es ja heute auch tut, mit Marx von rechts gelesen, das spielt doch keine Rolle. Ja, ich lasse mal weiterlaufen, weil ich wollte heute gerne noch ein bisschen die Sonne genießen und mich nicht nur mit Charlotte abhängen. meinen heute besten Freund kennen, ein 35 Jahre älterer Mann, ein Boomer, auch ein ehemaliger Linker und er... Boah, das tut mir leid, ich wollte da nicht anhalten, ich wollte es echt ein bisschen laufen lassen, aber das wirkt schon auf mich so, boah, mir gruselt es direkt, da kriege ich echt Gänsehaut. Also ich kann es echt beweisen, ich habe Gänsehaut bekommen, ich weiß nicht. Papa-Figur hat sie gefunden und ja, ganz, ganz toller Freund und auch ehemaliger Linker, ja, ne? Charlotte, wie es gesagt wird. Nicht neutral. Schlimmer noch, sie berichten nicht die Wahrheit. Exakt zur selben Zeit lernte ich meinen heute besten Freund kennen, ein 35 Jahre älterer Mann, ein Boomer, auch ein ehemaliger Linker und er ist wahrscheinlich die wichtigste Instanz, denn sobald wir aufeinandertrafen, ging es irgendwann immer um Politik und weil ich auch ihn für seine Bildung und seine Intelligenz schätzte, hörte ich zumindest hin. Ich flüchtete ihm nicht in allem sofort bei, aber ich hörte zu. Da sind wir wieder beim Thema Leid und Vorbilder. Gleichzeitig nahm das YouTube-Game immer weiter an Fahrt auf. Es kamen immer neue Kanäle hinzu und ich konsumierte alles, auch weil mein lieber, bester Freund mir alles Mögliche zuspielte. Ja, äh, klassische Doktrination. Ich hab dann alles konsumiert. Nein! Axel, nein! ...aufgesogen, ne? Das ist ja so intelligent, so gebildet, der Mann. Ja, da hab ich dann mein Leitbild, mein Vorbild gefunden. Ja, der Papa ist ja immer auf Montage gewesen und da gab's Streit mit der Freundin des Vaters. Da ist natürlich jetzt schön, dass man so eine Vaterfigur hat, die einen an die Hand nimmt und dann aufklärt und dann das YouTube-Game ging so richtig los. Und hier ist, hier ist, was es da tolle Kanäle gab, Philipp. Und Charlotte, hier sind mal Wahrheiten jetzt. Hier. Ja. Da, guck mal rein. Also, jetzt hier, das alles durch, durch konsumieren und wenn dir das nicht gefällt, dann kann ich auch nicht mehr deine väterliche Figur sein. Ego-Kammer incoming. Ist so. Ja. Trotzdem ging meine politische Entwicklung ins rechte Lager sehr langsam vonstatten. Es passierte ja auch so viel. Es kamen jedes Jahr neue Krisenherde hinzu, die erstmal eingeordnet werden mussten. Das war auch eine Frage meiner eigenen geistig-emotionalen Reife. Bis 2015 war ich ein Kind, das viel ist nicht vollkommen Begriff. Erst mit 25 begann ich allmählich selbst, intensiver nachzudenken und zu recherchieren. Ich muss an diesen Satz denken, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ja? Schritt für Schritt. Kontinuierlich. Beispielsweise habe ich mich 2015 noch als Gutmensch definiert und 2017 fand ich Feminismus toll und die Frauenquote. Das lag aber, wie bereits gesagt, daran, dass ich mich nicht selbstständig und in Tiefe damit auseinandergesetzt habe. Und deshalb war... Das ist auch kein fucking Scheißproblem, wenn du zu doof bist, ja? Dich eigenständig zu informieren, wenn du nicht in der Lage bist, Dinge zu differenzieren und alles nachpepperst, weil du auf irgendeinen Typen scharf bist, damit er dich in den Arm nimmt, Mädchen, dann ist das doch dein Problem und nicht das Problem der Gesellschaft, nicht der Medien, nicht der Politik oder nicht des Diskurses, der stattfindet. Du hättest ja mal NZZ, du hättest ja mal Welt, du hättest ja sogar Bild lesen können, um mal die Diversität des Meinungsspektrums zu erfahren. Ne? Aber nein, ich brauche dafür irgendwelche Schwurblerkanäle, ich muss auf irgendwelche rechten Veranstaltungen laufen und brauche meinen väterlichen Freund, der mir irgendwelche Verschwörungstheoretiker-Videos zuschickt. Boah, da kriegst du die Krise. Ernsthaft, ich war ja so uninformiert. Ich hab ja nix hinterfragt, hab ich ja. Das war doch dein Problem. Das ist du leiser, Axel. Alter, nee, da kriegst du die Krise. Axel on fire. Also normalerweise kann man sich ja hinstellen und sagen, boah, war ich damals doof und heute bist du es immer noch. Ja, weil mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich hab dann alles auf den Kopf gestellt und fand damals ganz viele Sachen toll, die ich heute tödlich verachte. Dann bist du ein scheiß Unfaller. Dann warst du damals wahrscheinlich nicht in der Lage, Dinge kritisch zu hinterfragen, bist du es heute auch nicht, weil sonst wärst du nicht so parteiisch, sonst wärst du nicht so einseitig, sonst wärst du nicht in dieser einen extremen Ecke wieder gelandet, sondern in der scheiß Mitte, wo man alles mal kritisch beleuchten kann. Auch die eigenen Leute, auch die eigenen Positionen. Und dann hinterfragt man das, was ein Oliver ja nicht erzählt, mit Andronochrom, Blutsaufenden, Mega-Eliten oder Inside-Jobs am 9-11. Mann, also, tu mir leid, sich dann hinzusetzen und heute bin ich so aufgeklärt. Ich bin heute so aufgeklärt. Ach, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ja? Meine Fresse nochmal. Ja, was soll man jetzt erzählen? ich bin lacht, aber da bin ich getriggert, tu mir leid. Also dann immer für die eigenen Unzulänglichkeiten und das eigene blöde Verhalten alle anderen verantwortlich machen. Niemand hat dir irgendwie damals daran gehindert, Dinge kritisch zu hinterfragen, die du für Baro-Münze gehalten hast. Und ist auch vollkommen okay, damals ich als Gutmensch bezeichnet zu haben oder zu sagen, oh, ich bin für Frauenquote und dann ändert man seine Position. Aber das so darzustellen, als wenn das jetzt hier das System gewesen wäre und die Medien und die herrschenden Eliten, die dich dazu gebracht haben, alles unkritisch zu glauben, was du meinst, da erfahren zu haben, das ist doch alleine dein scheiß Problem. Millionen Deutschen geht es nicht so wie dir. Und wenn du es so darstellen willst, dann bist du heute auch kein Stück cleverer geworden, auch wenn du es gerne darstellen möchtest, Mädchen. Ja, tu mir leid, ich lasse es laufen. Ich glaube, das hat Axel jetzt alles dazu gesagt. muss man trotzdem immer noch mal hinzufügen, was ist, wenn die Enttäuschung wieder kommt, auch mit Personen, zu denen man aufschaut. Wenn da dann auch wieder was Persönliches brückelt, persönliche Brüche gibt, ist man wieder anfällig auch für andere. Also, das ist hier vielleicht noch nicht der letzte Weg, den die Charlotte einschlägt, oder? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber ich würde ihr wirklich wünschen, dass sie wirklich mal sieht, man muss alles kritisch hinterfragen. Wenn sie sehr kritisch ist und wenn sie da auch meint, es werden Dinge parteiisch dargestellt, da kann ich es sogar noch beipflichten. Da kann ich sagen, ja, diese Probleme, die adressiere ich auch, die wird aber überall im Diskurs, wird das erkannt und adressiert. Von unglaublich vielen Journalisten, mit denen ich befreundet bin, die für die bösen, etablierten Systemmedien schreiben, die veröffentlichen Artikel darüber, die machen darüber Beiträge. Warum sieht sie das nicht? Warum tut sie wirklich so, als wenn die Welt wäre schwarz-weiß wäre und hat dann auch die Dreistigkeit, es so darzustellen, als würde sie jetzt das ganze bunte Spektrum erkennen können, wo sie doch wieder vollkommen einseitig, vollkommen parteiisch und vollkommen dogmatisch die Welt versucht, ein ideologisches Korsett zu pressen. ... Vorbilder und Leitfiguren so wichtig, die mich immer wieder damit konfrontieren. Und jetzt kommen wir auch zu diesem Punkt. Meine Entwicklung ist nur deshalb vonstatten gegangen, weil ich den richtigen Menschen mit den richtigen Argumenten begegnet bin. Hatten wir schon. Wieder und wieder. Das eine hätte ohne das andere nicht funktioniert. Argumente mögen richtig und wichtig sein, aber wenn sie von den falschen Leuten vorgetragen werden, können das erhebliche Folgen haben. Deswegen stellt man unsere Bewegung ja auch so komplett... Unsere Bewegung, die Bewegung, ja, aber gerade das ist ja falsch, gerade das ist ja eine absolute Gesinnungsethik, die sie an den Tag legt, weil ich kann sagen, auch Leute, die ich auf den Tod nicht leiden kann, ja, die können was Richtiges sagen und deren Argumente kann ich dann tatsächlich auch unterstützen oder anführen, auch wenn ich mit den Personen ihren Hintergründen nichts zu tun haben will. Aber zu sagen, ja, der Mensch muss stimmen, ja, das heißt ja, auch wenn der Scheiße erzählt, sage ich von wegen, auch den Menschen vertraue ich, deswegen glaube ich, was der mir da für Grütze erzählt. Und genau das hat sie uns eben offenbart, dass sie sagte, die richtigen Leute, die sie immer und immer und immer wieder konfrontiert haben, ja, also indoktriniert und ihr das Gehirn gewaschen haben, das war für sie der Schlüssel zum Umdenken, ja. Richtig wäre es doch zu sagen, ich fand die Leute toll, aber das hat mich gar nicht so sehr interessiert, was die für Argumente gebracht haben, das hat mich überzeugt. Das ist das Elementare, was eigentlich einen freien Geist ausmachen sollte und nicht die persönlichen Bindungen, die immer variieren können. Ja, oh. ...relativ da. Das ist eine Strategie. Man geht nicht mit Argumenten gegen uns vor, sondern mit verbalen Schlammbomben, die uns komplett unsympathisch aussehen lassen. Denn Nähe und Sympathie zum Überbringer der Nachrichten spielen eine wichtige Rolle. Genau, weißt du, bei Schlomo Finkelstein, wenn da Leute wie der Schattenmacher auftreten und von einem, ja, sanfter Eugenik sprechen... Das war ekelhaft. ...wirklich da eine Position äußern, dann lassen die Medien euch mit Schlammbomben unsympathisch aussehen. Ja. Stuhl sind immer die anderen. Ja, und diese Opferrolle wieder einnehmen. Es ist zum Kotzen. Ja, also was... Also nur alleine, was Axel und ich durchmachen, sag ich mal, in Kommentaren und Beleidigungen und so weiter, das ist schon eine harte Nummer. Aber jetzt wieder diese Opferrolle einnehmen, es ist einfach, das ist auch ekelhaft, ne? Und jetzt hier Schlomo Finkelstein und so weiter. Was da passiert ist, dieser 20-jährige Bengel, was der da gemacht hat und so. Also... Wir haben keine Argumente. Keine Argumente, Philipp. Das ist ja auch dieses Abkanzeln. Ja, was die Leute gegen uns vorzubringen haben, das entspricht alles nicht der Wirklichkeit. Das ist alles Verleumdung. Das ist alles Demagogie. Ja, auch hier wird ja wieder ein krasses Feindbild gezeichnet und überhaupt mit Kritik sich gar nicht auseinandergesetzt, in dem einfach gesagt wird, das ist Bullshit, was da erzählt wird, ne? Schlammbomben. Beispielsweise habe ich einen Lachanfall bekommen, als mein Vater Putin als einen hochintelligenten Mann bezeichnete. Nicht, weil ich meinen Vater hasse, sondern weil wir in unserer Beziehung zueinander bei meinem zwölften Lebensjahr stehen geblieben sind. Aber als ich... Aber was ist das Argument davon? Was ist jetzt ein Lachanfall bekommen? Oder was ist jetzt... Jetzt sind es ja alle auf Putin-Linie. Jetzt sind es alles hier Putin-Freunde, Putin-Unterstützer, Putin-Versteher. Sie ist auf Demos gelaufen, wo genau damals während der ersten Ukraine-Krise das schon berichtet worden ist. Böse USA, böser US-Imperialismus, böse Transatlantiker, guter Putin, armes Opfer, in seine Rolle als Aggressor gedrängt und dazu gezwungen und auch das Opfer. Was ist denn jetzt hier der Zusammenhang, den sie versucht darzustellen? Ich auch nicht. Wenn ich dann das Video von Yasinna gesehen habe, sah die Sache ganz anders aus. Auch Schlomo und Kasper spielen in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle für mich. Weil die beiden mir von Anbeginn so sympathisch waren und gute Argumente lieferten, führten sie zu einem Umdenken und geben mir auch heute eine gewisse Sicherheit. Aber wir fühlen uns in unseren Echo-Kommen alle sehr wohl, nicht wahr? Deshalb ein kleiner Appell an euch. Unterschätzt euch nicht. Ihr alle seid Träger unserer Ideale. Auch im Kleinen, auch im Privaten. Jeder Einzelne von euch repräsentiert. Welche Ideale denn jetzt? Sie redet ja immer dann von einer Bewegung, von einer politischen Kraft. Was sind denn die Ideale? Das muss man ja dazu sagen, diese Szene, von der sie spricht, die ist ja unglaublich heterogen. Da gibt es ja so viele Schwurbler, so viele kleine Führerchen, die alle ihr eigenes Süppchen kochen, die sich über Detailfragen mitunter in bösartigste Fäden begeben. Also was sind denn die großen Ideale, die sie jetzt vertritt? Was will sie denn uns sagen, was an Idealen denen da vorspäht? Ich muss auch dazu sagen, das, was jetzt kommt, wirkt auf mich so gescriptet und abgelesen, so dass man sie auch nicht zeigt, sondern hier wie diesen Schmetterling irgendwie sehen. Also auch jetzt kommt gleich, glaube ich, die Stelle, wo sie sagt, ich glaube, da fällt mir spontan ein, das mit dem Mosaik. Geiles Script, wirklich. Welche immer Schauspielschule sie ausgebildet hat, Insolvenz, Incoming. Die Hydra lebt, schlag einen Kopf ab, es wachsen zwei neue nach, wer einem begegnet, begegnet allen. Du bist nicht nur Persönlichkeit, du bist Träger einer Bewegung, einer Weltanschauung. Du musst dieser Auftrag gerecht werden, mit deinem Tun und Handeln und Denken und deinem Auftreten. Ja, Sektentum lässt grüßen. Weißt du, auf der einen Seite Individualismus, ich denke eigenständig, aber nein, du bist nicht alleine. Du bist Träger und Repräsentant von uns allen. Wenn du auftrittst, dann stehst du nicht alleine, dann stehen wir mit und hinter dir, sind eine Bewegung, die zusammenhält, die gemeinsam kämpft, leidet und den Sieg erringen wird. Amen. Ja, also das ist so plattes, dämliches Sektierertum. Aber Axel, du musst das, all das hier musst du erst mal in ein 16 Minuten Video reinkriegen. Also, und, also ich hoffe, ihr habt jetzt biografisch alles verstanden von ihr. Also für mich, also ich, ich sag mal so, wir sind doppelt, wir sind doppeldaum, sind, also Charlotte und ich jetzt, weil ich fühle ihre Geschichte eins zu eins. Ich hab eben auch so ein bisschen geweint, bei diesen persönlichen Momenten. Ja, dass sie gesagt hat, ey, sie war da tödlich gekränkt und sie hat da vor der Schulklasse referiert und wurde kritisiert von ihren Mitschülern und das war es schon. Es war eine bewegende Story. Also ich muss mit meinen Gefühlen ein bisschen ringen. Also mir ist ein bisschen schlecht, aber es hat damit nichts zu tun. Charlotte, ganz, ganz, ganz tolles Video. Ganz, ganz toll. Wir haben jetzt voll verstanden, ja, warum du eigentlich bist, wer du bist. Aber ich glaube, aus anderen Gründen, die du darstellen wolltest. Jetzt kommt der spontane Musikspruch. Selbst kümmert, damit ihr selbst zu sympathischen Vorbildern werdet, deren Meinung man respektiert. Kümmert euch um eure Bildung, um eure Eloquenz, ganz wichtig, eure körperliche Fitness und eure mentale Gesundheit. Lernt Ruhe, lernt Argumentation, werdet der Meister eures Schicksals. Glaubt nicht, ihr seid unwichtig. Alleine, dass ihr da seid und offen zu eurer Meinung steht, kann zu einem Umdenken bei anderen Menschen führen. Jetzt komm in unsere WhatsApp-Gruppe und du verdienst demnächst 50.000 Euro im Monat. So klingt es. Ja, ja, abonnier mal, abonnier mal hier, ne, die ganzen Kanäle und spende auch mal und, ja, bilde dich, weil es sie nicht um deiner Selbstwillen, nicht für dich, sondern weil du einen höheren Auftrag verfolgst. Ja? Auch wenn es dauert, wie bei mir. Ich glaube, aus Schnellroder stammt die Metapher des Mosaiks. Das heißt, jeder hat seinen Platz und tut, was er persönlich kann. Ihr löst etwas in anderem aus, manchmal, ohne es hier zu erfahren. Philipp, 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 man muss dazu sagen, aus Schnellroder kommt tatsächlich der Begriff der Mosaikrechten, der auch gerne von Martin Sellner immer wieder rezipiert wird, aber es wird die Charlotte vielleicht interessieren, der kommt nicht originär von Götz Kubitschek, sondern der ist geklaut. Das ist nämlich schon vor Jahrzehnten, ja, von Anarchisten und Sozialisten der Begriff geschaffen worden, der Mosaiklinken, den jetzt die rechtsextreme Neue Rechte einfach nur kopiert und für sich selber übernommen hat. Ja, also das nur mal, wie originell und ich glaube, es kommt aus dem Bereich. Ja. Also da musst du ein bisschen weiterbildern. Und jetzt so spontan in dem Video, in dem Video mit 35.000 Schnitten, dann so spontan, das ist gar nichts alles. Zurück zu mir. Angekommen in rechten Kreisen bin ich dann tatsächlich erst im Jahr 2020, als ich mit YouTube angefangen habe. Der Stempel von außen war ja auch ziemlich schnell da. Das ist eine rechte YouTuberin. Und mir ging es damit auch erst mal nicht so gut, weil die Indoktrination aus Schulzeiten nach wie vor ihre Wirkung tat. Aber dann bin ich mal in mich gegangen und bin zu dem Schluss gekommen, okay, ich bin gegen Sozialismus, ich bin für Patriotismus, ich will Deutschland und sein historisch-kulturelles Erbe bewahren, insbesondere die Sprache. Ich bin ein großer Fan von archetypisch weiblich, archetypisch männlichen Vorstellungen der Geschlechter. Ich bin für kontrollierte Einwanderung, ich bin für das Bewahren von Traditionen. Ich finde, der Fokus sollte unbedingt auf der individuellen Eigenverantwortung der Menschen liegen. Das sind alles mehr oder weniger. Eigenverantwortung, aber du stehst hier nicht alleine, sondern du stehst repräsentativ für unsere Bewegung. Es sind die richtigen Leute mit den richtigen Argumenten und alles andere ist falsch. Also das passt ja alles nicht zusammen, was sie da erzählt. Wenn man das jetzt für sich nimmt, diese Sentenz, werden viele Menschen sagen können, ja, sehe ich ähnlich. Daran, das muss man hier auch festhalten, ist an sich nichts auszusetzen. Aber das vertritt sie nicht, wenn man näher hinschaut, das vertritt ihre Bewegung nicht, das vertreten ihre Stichwortgeber nicht. Weil diese Freiheiten, die sie hier im Munde führt, ja, und diese Bilder, ist ein Zwang, der aufrechterhalten werden soll, weil es das einzig vermeintlich Richtige ist. Andere Lebensentwürfe, andere Positionen, andere Anschauungen, werden als falsch, werden als verwerflich, werden als Teil einer Verschwörung, stigmatisiert, dämonisiert und sollen abgeschafft werden. Das kann man bei Götz Kubitschek schön nachlesen. Der Liberalismus ist eine Krankheit, der muss beseitigt werden, damit die deutsche Seele wieder aufleben kann. Was das bedeutet, da braucht man kein Geschichtsbuch zur Hand nehmen. Das spricht schon aus den Sätzen, die diese Leute von sich geben, ganz alleine. Ja, man muss es auch dazu sagen, wenn sie sich ins Internet setzt und den Vorwurf, den sie macht, sie wird dann als rechte YouTuberin dann angesehen und sozusagen, es wird öffentlich gemacht. Ja, wenn du Positionen vertrittst, die eins zu eins als Schablone irgendwie über Meinungen und Thesen und Auftritte von anderen rechtsextremen und so passen, dann ist das klar, du begibst dich in die Öffentlichkeit, vertrittst diese Dinge und dass du dann damit auch identifiziert wirst und da so bezeichnet wirst, das ist doch, was erwartet man dann? Also, welche Erwartungshaltung hatte sie dazu? Sie klagt hier über Kontaktschulden, also ich weiß nicht, sie läuft bei Identitären mit, sie ist bei verschiedenen Podcast-Programmen, Internet-Formaten, ja, mit strammen Rechten, die sich selber als Vertreter der neuen Rechten sehen, die sich selber als Kader einer neuen politischen Bewegung, als Verfechter einer konservativen Revolution, die ja ein Synonym ist für antidemokratische und illiberale Positionen, dann darf man sich ja nicht wundern, dann auch als rechtsverortet zu werden. Rechte Position. Überraschung, rechts ist nicht gleich Neonazi. Und wenn wir als Volk diese Massenneurose des Schuldkultes überwinden wollen, dann müssen rechte Positionen Ja, das ist, hatten wir schon mit dem Schuldkult, das ist halt Ja, Massenneurose, wer hat denn hier eine Massenneurose? Schuldkult, Schuldkult, also wer redet denn hier die ganze Zeit vom Schuldkult der Vergangenheit? Wer hat denn in seinem Video über Hitler sprechen müssen und ihr davon fanatisiert war und das sogar dann die, die, ja, Stiefmutter, die Freundin des Vaters sagte, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Also, Ja, und es ist, Axel, ich bin heute, ich bin heute auf den 40. auf zwei 40. Geburtstagen eingeladen in Lübeck und das wird eine ziemlich große Feier und wenn ich da rumgehe und frage, wie es um die Neurose, wie steht es um deine Neurose mit dem Schuldkult geht, ich wette, ich wette, dass nicht einer mir sagen kann, um was es geht. Ich bin ja auch viel unterwegs, ja, ich bin in Vereinen aktiv, ich komme viel rum, ich gehe gerne essen, ja, gehe ins Kino. Kein Mensch läuft da rum und meint jetzt vor dem Film einen Vortrag halten zu müssen, wir müssen uns an unsere Schuld erinnern, wir sind alle schuldig und ewig und böse. Es mag Leute geben, die es ähnlich wie sie damals aus, aus manchmal vielleicht richtigen Beweggründen exzessiv tun, aber das ist doch eine absolute Minorität, da hat sie doch einen absoluten Tunnelblick und weil ein Vollhonk oder weil ein Einer Extrema irgendwas produziert, sind doch nicht alle so, ist doch nicht repräsentativ für die gesamte Kultur, um uns mal die Walser-Debatte schon vor Jahrzehnten an, ja, also hier mal von Schuldkult zu gehen. Axel, ich hatte gesagt, es ist Sonne draußen bei uns, ich weiß nicht, ob es mal die regnet, aber jetzt kein politisches Netzkurs in die Tiefen des Internets. Oh, wir haben noch kein Mittag, sage ich hier kein Mittag auf dem T-Shirt, machen wir jetzt weiter, scheißegal, komm. Gut, dann gibt es halt gleich Internetprobleme. Ralf hat auch geschrieben, wer nicht Nazi genannt werden will, soll halt nicht wie einer sprechen. So einfach, Ralf. Dankeschön an die Mods, die heute auch wie immer hier unterwegs sind und uns dabei helfen. Wir werden zugucken, dass Axel jetzt gleich seinen Mittag kriegt und nicht meine Sonne. ...ohnehin wir legitim werden. Ich bekomme diese Aufschrift ja sowieso, weil alles rechts von links Nazi ist. Also akzeptiere ich das für mich. Wobei ich noch ein liberal dran hänge. Das gefällt natürlich einigen nicht so sehr, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber ich werde mich nicht extremer machen, als ich bin, nur um irgendwelchen Leuten zu gefallen. Also wir erinnern uns doch an Andreas Breivik eben, ja? Wir erinnern uns da schon noch dran. Ja, Schlomo Finkelstein, der Schattenmacher und aber alles. Ganz tolle Leute, die sie da hochhält. Ganz liberale, freie Geister, die wirklich in der Mitte der Gesellschaft stehen, die überhaupt nicht hetzen, überhaupt nicht polemisieren. Auch ein Oliver Janich, ein ganz sympathischer Kerl, ja, der völlig faktenbasiert, nüchtern, überhaupt keine Propaganda betreibt. Ja, Nina, ne, tolle Vorbilder, tolle Bewegung und, ähm, du kannst dich so lange selber rechtsliberaler, liberal nennen, wie du willst. Du bist nicht liberal, wenn du Teil einer Bewegung bist, für antidemokratische und illiberale Positionen eintritt und den Liberalismus als die große Geisteskrankheit unserer Zeit geißelt, ja? Tut mir leid, dann bist du nicht liberal. Ja, und es ist, es ist dieses, dieses wirr zusammengewürfete Video über ihre angebliche Biografie ist so nicht sagend und trotzdem, trotzdem irgendwie voller Abwertung und, und, und Anti-Haltung und es ist, mich holt es gar nicht ab. Ich frage mich auch, wer da vorsitzt und sagt so, ja, Charlotte Corday, toll. Ich meine, sie hat sich, wir wurden gerade gefragt, ist das ihr wahrer Name? Nein, sie hat sich einfach eines historischen Namens, äh, haben wir, haben wir am Anfang erklärt, auch das ist ja bezeichnend, dass sie sich den Namen einer Attentäterin gibt, ja? Also, eine Attentäterin, die, äh, damals während der Französischen Revolution als, äh, ja, liberalere Anhänger der Republik und dann glühende Patriotin gegen den Jakobiner Terror vorgehen wollte und einen der Wortführer dann, äh, niedergestochen hat und dafür dann, äh, äh, ist auch schon, sag ich mal, fragwürdig, sich, äh, so jemanden auszuwählen, ja, also man hätte auch jemanden nehmen können, der damals in Wort und Schrift eben seine Position vertreten hat, aber nein, es muss jemand sein, der zum Messer gegriffen hat und dann für die Heilige, für die Richtige, für die wahre Sache dann zum Märtyrer geworden ist. Ich glaube, ich war ja vorhin kurz auf ihrem Telegram-Kanal, also, ich sag mal so, selten sowas langweiliges gesehen, AfD, AfD, Jammer, 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 hier lustig, äh, Nina unterwegs irgendwo in Berlin und sonst wo, ähm, die soll, sie ist, glaube ich, schwanger, ähm, und jetzt, jetzt sage ich das mal ganz ehrlich, als werdende Mutter, hoffentlich macht es da irgendwie Klick, wenn man dann jemanden feiert, ähm, und sagt, ich bin, ähm, bin von den Positionen sehr nah an Andreas Breivik dran, der dort Kinder und Jugendliche erschossen hat. Nur mal so, dass du da mal ein bisschen drüber nachdenkst, da kannst du über dieses Video, ähm, denken, sagen und Meinungen haben zu, wie du willst, ne, will man hoffen, dass es, dass es Eltern und einem selber nie passiert, dass jemand Amok läuft, egal aus welcher politischen Richtung oder religiösen Richtung und dann Kinder tötet, also, ähm, ja, Schande, Schande einfach über deinen Haupt für das, was du hier gezeigt hast, das ist für mich auch einfach das ekelhafte, was in diesem Video drin war. Ähm, ich würde die Frage noch gerne beantworten, du sagst es ja, wer, wer sitzt da und feiert diese Videos ab, das sind alles Typen, die bei Windstärke 3 rausgehen müssen, um einmal in ihrem Leben eingeblasen zu bekommen, das ist ihre primäre Fanbase, ja, sie hat deswegen Erfolg, weil sie eine junge Frau ist, weil sie so ein bisschen flirtiv, ja, auftritt und, äh, das ist das, was ihr Klientel anzieht, wer die ein picklicher Junge in dem Alter, der da sitzen würde als Incel und so erzählen würde, wie sie es tut und die Position verbreiten würde, würde kein Schwanz im wahrsten Sinne des Wortes ihre Videos gucken. Okay, Axel, also, ab jetzt ein Ü18-Stream, Dankeschön, äh, äh, aber nicht, dass der Volkslehrer hier zugange war, Axel, weißt du da mehr? Oha, der hat ja eine schwangere Freundin jetzt, Ja, was ist hier los? der Nikolai, kommen beide aus Berlin, oh, 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 ne? Oh Gott, oh Gott, die Mischung, oh, die Mischung an Videos, die mag ich mir gar nicht ausdenken. Oh, oh, Axel, da hast du ja wieder was gut zu tun, wenn die demnächst Videos zusammen machen. Treffen der Legenden, bleibe mir und meinen Prinzipien treu. Ich bin nun mal keine Ellen Kossitzer und werde wahrscheinlich auch nie eine sein. Ich bin zwar nach wie vor in einer Entwicklungsphase, aber ich denke auch in Zukunft sprechen extreme Positionen gegen meinen Persönlichkeitstyp und 9-11, Inside-Job, äh, Oliver Janich, ne? Leute, die sie ganz toll findet, die, die, äh, ja, sanfte Eugenik, äh, befürworten, äh, ist gar nicht extrem, total, gar kein Problem, weißt du? Die typischen Ausprägungen meiner Weiblichkeit. Und damit ist alles gesagt. Wieder einmal sind wir... Nichts, persönlich gar nicht. Die hat einen Spickzettel, Alter, die hatte einen Spickzettel? Also trotz der 37.000 Schnitte in diesem 10-Minuten-Video hatte sie auch noch ein Skript. Also, Schauspielkarriere ganz weit fahren. Oh, ich hab, ich hab gerade gelesen, wir haben hier einen Insider aus Berlin, ähm, der sagt, König Peter wird auch noch Patenonkel. Also, da kommt, glaube ich, Großes auf uns zu. Äh, stark. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ich konnte euch einen adäquaten Einblick in meinen Werdegang bieten und es wurden genug Fragen beantwortet. Das war's von mir. Welche Fragen wurden beantwortet? Was? Gar nichts. Da wurde gar nichts beantwortet. Nichts, ja, nicht eins, ne? Wenn ihr noch mehr private Eindrücke haben möchtet, dann kommt's zu Instagram und TikTok und Patreon. Für einen Euro seid ihr dabei und dürft mitbestimmen, an welchem Thema ich mich als nächstes abarbeite. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao. Wohl an. Positiv, positiv. Abarbeiten, an welchen Themen. Im Honigforum hat jemand gesagt, ich hab die Haare schön. Das war sehr nett, neben all den anderen negativen Kommentaren. So etwas zu reden. Grüße gehen raus und kaffiert jemand. Ich hab dich ganz so lieb, mein Schatz. Du bist übrigens nicht mehr gescheitert, band auf meinem Kanal. Du bist jetzt wieder entblockiert. Aber weil es tatsächlich genug Menschen gibt, die sich... Weißt du, es gibt Landstraßen dafür. Ich hab das Gefühl, ich brauch immer... Ich stelle mir vor, ich sitze daneben und so verhält sich ich immer und eine authentische Person. Wir sind verliebt und froh. Möchte irgendjemand Zimmerpflanzen haben? Die vermehren sich hier gerade wie verrückt. Alter, Alter. Aber man muss dazu sagen, das zeigt mehr von ihr als dieses ganze geschnittene Video vorher. Ich... Weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich... Weil ich dachte, das Video war ja zu Ende von, wo ich das das erste Mal gesehen hab. Aber ich hab gedacht, okay, was kommt danach noch? Wieso geht das Video noch fünf Minuten? Sie lässt uns teilhaben an ihrem Leben, an ihrer Persönlichkeit. Die überzeugt durch Authentizität, hat sie dazu aufgefordert. Einfach mal sympathisch sein. Ja, und die Bewegung voranbringen. Ja. wenn die privat immer so ist, dann renne ich in die Küche und schließe mir die Pulsadern auf. Aber in der richtigen Richtung. Nicht hier Aufmerksamkeitsschrei. Aber das ist doch nicht... Aber sitzen da dann die Follower davor und sagen so, ich wäre jetzt gerne der Stuhl? Na klar, ja, natürlich. Die denken sich auch so, ah, das ist toll. Oh, der Charlotte würde ich auch gerne die Pflanzen bestäuben. Ah. Warte, Entschuldigung. BAM TV hat geschrieben, sie will ihre Zimmerpflanzen abschieben, weil sie den großen Austausch planen. Ja, extra produzierte Outtics ziehen immer. Ja, genau so ist das. Es ist einfach durch und durch schlecht gescriptet, aber es gibt ja Leute, die sich abgeholt fühlen. Aber gucken wir uns die letzten paar Sekunden. Weil jetzt kommt noch Großes, jetzt kommt noch, jetzt kommt noch, Sogar die Kinder haben schon Kinder. Das braucht man ja. Es kann nicht sein, dass es hier drei Stunden dauert für, das sind 14 Seiten Skript, das ist gar nichts. Ich schwöre, ich werde hier nur am Wochenende aufnehmen. die hatten hier mal die Schienen geschliffen, damit das in der Kurve nicht mehr so laute Geräusche macht. Hat überhaupt nichts genutzt. Das ist so klassisch, so wäre sie ein älterer Mann, ein Mann mittleren Alters, würde sie in Feinripp unter Wäsche wahrscheinlich am Fenster sitzen und Parksünder dem Ordnungsamt melden. Also so ist die drauf. Also alter Falter, vor allem, oh hier ist so ein Krach, ich kann doch noch am Wochenende aufnehmen und ein 10 Minuten Video mit 37 Schnitten brauche ich 14 Blätter, die ich ablese und dann trotzdem noch drei Stunden. Alter Falter, also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, bekommt in diesem Zusammenhang natürlich dann eine ganz andere Bedeutung, dass sie nicht so die Schnellste vielleicht war mit Dingen aufnehmen und umsetzen und ja. Also, Axel, ich sage ganz ehrlich, wir haben richtig geiles Wetter, wir haben knapp 30 Grad hier oben, bei uns soll das Wetter erst 18 Uhr schlecht werden. Und dann bin ich auf ein Cargo-Schiff eingeladen, dann ist heute Halligalli, freue ich mich schon drauf. Also, Axel, mein lieber Freund, vielen lieben Dank für deine Zeit, heute wieder Axel on fire, messerscharf, also wer irgendwann mal ein Best-of von Axel zusammenschneiden möchte, soll sich bei mir melden, werden wir uns irgendwie einig, gibt es mit Sicherheit eine großzügige Aufwärtsentschädigung. Meinerseits, wer das mal machen möchte, das wäre cool. Genau, also, ja, wichtig immer wieder diese Person aufzuzeigen, auch die Charlotte hat ein Recht drauf, sich irgendwann irgendwo in der Mitte einzufinden, ein Recht auf Veränderung, vielleicht nicht mehr so abhängig zu sein von gewissen Vorbildern und sich da so leicht beeinflussbar zu zeigen. Ich glaube, das kam in dem Video so ein bisschen raus, also, dass es da schon so um Aufmerksamkeit geht, auch von männlichen Vorbildern, Intellektuellen oder die eine Ausstrahlung, Charisma auf sie haben, würde ich ihr gönnen, dass sie da eine Veränderung anschreibt, auch zum Wohle ihres vielleicht anstehenden Kindes, wenn ich das bei Telegram so richtig interpretiert habe, das weiß ich nicht, ich will hier keine Fake News verbreiten, ich konnte das nur interpretieren. Also, sehr wirres Video, Axel, vielen lieben Dank, dass du sowas immer raussuchst, Dankeschön, checkt aus, die Seite vom Axel-Reiz-Effekt, auch da wird hoffentlich bald mehr Input wiederkommen, wir werden den Axel dazu ein bisschen drängen, checkt ihn auch aus bei Instagram, realaxelreiz, immer diese Kanäle auschecken, Dankeschön, und Axel, wie immer, Dankeschön auch an die Mods, an alle Kanalmitglieder, Paten, wenn ihr uns unterstützen wollt, diesen Kanal dann hier auch, falls ich mal King of the Kong auch genauso cool tragen möchte, wie ich, das gibt es alles hier drunter, Dankeschön, Leute, Axel, ich gebe dir natürlich das Wort, Dankeschön. Ja, auch hier muss man jetzt mal die Kirche im Dorf lassen dann und sagen, auch bei aller Kritik, auch bei allen scharfen Worten, die ich da in Richtung der Nina gefunden habe, auch ich hoffe und ich denke, sie kann es ein gutes, vernünftiges Leben führen, frei von Radikalisierung, frei von Ideologisierung, ja, sie muss da gar nicht nach links schwenken, sie kann gerne auch Kritik äußern, die sie auch jetzt äußert, aber es bitte nicht mehr in dieses Extremistenbett einbetten und mit Leuten sich abgeben, die nichts Gutes im Sinne haben, weder für sie noch für ihr Kind, ja, und sich nicht begreifen als Teil einer Bewegung, sie ist ein Mensch, sie ist ein Individuum und braucht sich nicht irgendwie als höhere Kriegerin für hehre Ideale sehen, sie kann einfach ein Mensch sein, ich hoffe, dass das irgendwann bei ihr ankommt und sie dann auch ein vernünftigeres und besseres Leben führt, als wie es jetzt der Fall ist. Wenn ihr meinen Kanal ausscheckt, gestern gab es ein neues Video mit meinem Freund Alexander Leschig über den zurückliegenden AfD-Parteitag, heute Abend wird ein neues Video online gehen, also checkt meinen Kanal aus, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und hoffe, ihr habt eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Dankeschön, Leute und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Ich muss immer warten, bis ich es ausmachen darf. Drei!